Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 86 und wir nehmen heute am Samstag, den 7. Mai 2022 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze hier wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg. Und mir wieder zugeschaltet ist die geschätzte Kollegin Sonja Riegel in Wiesbaden. Hallo Sonja, grüß dich. Hallo Sascha, aber theoretisch sitzen wir gerade alle in Turin. Und theoretisch sitzen wir alle gerade in Turin. Genau, das ist richtig. Aber wir schalten uns halt immer mal wieder online zu in diesem Online-Portal. Immer mal wieder ist gut. Dauerhaft quasi seit einer Woche. Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Wie hast du denn diesen Marathon? Wir sind ja jetzt sozusagen eigentlich eine Woche lang jetzt schon an dieses Online-Portal für akkreditierte Medienvertreter angeschlossen. Also eigentlich ist ja gar kein Indrinnen mehr. Also diese Wartemusik vor den Pressekonferenzen beziehungsweise vor den Proben, die summe ich schon leise beim Einschlafen immer vor mich an. Ja, vor allem, weil sich ja so viel verschiebt, dass man ständig irgendwelche Wartemusiken hört. Ja, schwierig. Ich gebe dieser Wartemusik langsam schon zwölf Punkte. So oft habe ich die gehört. Ja, wir haben euch ja letztes Mal schon in der Folge so ein bisschen erzählt. Also wir haben ja aus gewissen Gründen, das könnt ihr gerne aus der letzten Folge nochmal nachhören, uns nicht direkt nach Turin, dort, wo der Eurovision Song Contest dieses Jahr stattfindet, hinbegeben. Sondern wir haben uns online akkreditieren lassen. Das ist aber gar nicht so schlimm, denn sie haben da ein ganz schönes Portal. Das gab es ja schon letztes Jahr in Rotterdam. Da gibt es also die Möglichkeit, sich sowohl in die Proben, in diese Einzelproben einzuschalten, als auch die Pressekonferenzen, die dann immer jeweils nach der Probe des jeweiligen Ecks dann stattfinden. Immer so mit, ja, ungefähr dreiviertel Stunde, Stunde später dann sozusagen, wenn es denn die Italiener so wollen. Und ja, und da hat man natürlich dann so die Möglichkeit, auch mal so, ja, ich sag mal, fast aus erster Hand so ein bisschen zu beurteilen, wie war denn der eine oder andere Act. Und da wollen wir uns natürlich heute ein bisschen drüber senken. Ja, aber bevor wir jetzt mal uns an die Proben ranmachen und das Ganze beurteilen, hat sich ja auch hier noch ein bisschen vor Ort, sozusagen vor Ort, was getan. Denn am letzten Dienstag gab es, vielleicht aus Norddeutschland kennen das viele, das ist die Sendung Das im NDR Fernsehen. Und bevor Malik nochmal dann, oder Malik, wie er ja eigentlich heißt, er soll ja eigentlich so betont werden, Malik nach Turin mit der deutschen Delegation fährt, um dort dann auch seinen Song vorzutragen, war nochmal zu Gast bei Das und hat da nochmal Rede und Antwort gestellt. Und das Schöne an Das ist sozusagen, dort wird eigentlich immer so, diverse Beiträge werden um diesen Gast herum produziert und in dem Falle musste ja auch sozusagen auch ein bisschen was ESC-mäßiges da vonstatten gehen. Sascha, sagst doch, wie es ist, du bist jetzt Fernsehstar. Na, so würde ich es jetzt nicht sagen, weil ganz ehrlich, die Anfrage war sozusagen an den Fanclub, an den ECG, den Eurovision Club Germany, das ist ein Fanclub, der hat einzelne Regionalgruppen, unter anderem auch eine Hamburger Gruppe. Und da ist der NDR an die Gruppe herangetreten und hat gesagt, Mensch, können wir euch nicht mal dabei filmen, wie ihr euch trefft und was ihr da so zu bereden habt und so weiter. Und die Freundinnen und Freunde dieses Stammtisches, den ich ja auch des Öfteren da auch besuche, weil das natürlich mein regionaler Stammtisch ist, die haben dann gleich gesagt, ach Mensch, wir haben da jemanden in der Gruppe, der macht auch einen Podcast und da könnt ihr doch auch mal filmen und das haben die tatsächlich gemacht. Ich hatte hier ein ganz nettes NDR-Team, die haben mich dann hier praktisch gefilmt, wie ich hier an meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio hier in Pinneberg sitze und hier unter anderem an Reaper beziehungsweise Ultraschall so eine Sendung schneide beziehungsweise auch den Podcast hier einspreche. Und dann haben sie noch mich ganz kurz hier zu Hause dann auch interviewt und der Schnitt war dann sozusagen, dass ich dann zu dieser Gruppe dann gehe und wir treffen uns da und dort sind dann auch noch einzelne Interviews gemacht worden. Und ich finde, der Beitrag ist irgendwie ganz, ganz schön geworden und so kommt der ESC Greenroom dann auch mal ins Fernsehen. Ja, sehr gut. Ja, ich fand den auch sehr schön und ich fand auch eigentlich die ganze Sendung sehr schön alles. Du hast ja gerade gesagt, da wird noch ein bisschen mehr drumherum produziert und Malik durfte da auch auf dem, das war das rote Sofa, ne? Ja, auch unter dem Titel, das bekannte rote Sofa vom NDR, da durfte er sitzen und auch ganz viel erzählen kurz vor seiner Abreise. Ja, war schön und stimmig und beim NDR gut aufgehoben in dem Fall, ja. Ja, und vor allen Dingen, was mir wieder aufgefallen ist, du hast ihn ja auch schon mal im Interview gehabt, er ist ja enorm souverän. Das finde ich irgendwie auch ganz, ganz erfrischend. Er weiß, was er will und dieses Interview hat er auch wirklich sehr gut gemeistert und auch ganz locker und hat so ein bisschen auch so erzählt, wie es dazu kam, dass er dann praktisch Musiker geworden ist und so. Das war wirklich sehr, sehr nett. Und eine ganz nette Begebenheit war dann auch tatsächlich, dass es gab dann so einen kleinen, ja, Handy-Videoeinspieler von Mary Rose und die dann erstmal sagte, hallo lieber Malik, du weißt wahrscheinlich gar nicht, wer ich bin, weil er natürlich unweit jünger ist als sie und das fand ich dann irgendwie auch noch ganz, ganz niedlich, dass sie das, und dann hat sie ihm auch noch alles Gute gewünscht und genießt das vor Ort und so weiter. Und das war natürlich irgendwie auch noch eine ganz, ganz nette. Und aus den Rückmeldungen auch aus unserer WhatsApp-Gruppe vom ECG habe ich dann irgendwie halt auch gehört, die anderen waren auch alle sehr, sehr zufrieden mit ihrem Beitrag und so weiter. Und insofern, das fand ich dann irgendwie eine ganz gute Sache. Wenn ihr da gerne mal vor Ort sein möchtet, es gibt diverse Regionalgruppen, aber insbesondere auch bei der Hamburger Regionalgruppe, wenn ihr da mal, wenn ihr da vielleicht mal vorbeikommen müsst, ihr müsst da nicht erstmal vorrangig auch Mitglied sein. Macht das einfach, das gibt es auf der Seite ecgermany.de, gibt es da einen Link, ich glaube über Regionaltreffen und da ist auch so eine E-Mail-Adresse angegeben, da könnt ihr euch gerne hinwenden. Wenn ihr sowieso schon beim ECG Mitglied seid, dann könnt ihr euch da einloggen und dann kommt ihr auch gleich direkt auf einen Link, wo ihr euch auch in diese WhatsApp-Gruppe dann auch einklinken könnt. Dazu müsst ihr aber dann Mitglied sein, aber ihr könnt auch im Vorwege euch da schon mal Kontakt bei Robin oder bei Robert euch melden und die sagen euch dann, wo wir uns dann das nächste Mal treffen und das ist eigentlich immer erstmal so eine ganz lockere Runde und für mich war es letztes Mal auch so, da waren zumindest zwei Leute dabei, die uns auch schon regelmäßig hören. Da war das gleich so ein bisschen so ein Hörertreffen geworden. Gibt es da eigentlich so ein Aufnahmeritual, also dass man erstmal so einen ESC-Song vor der Gruppe singen muss oder so? Nein, gibt es nicht, also beziehungsweise es gibt noch keine große Tradition, weil diese Hamburger Gruppe, die gibt es tatsächlich auch erst so seit gut einem Jahr, da haben sich jetzt endlich mal, also ich hatte eigentlich auch schon immer mal vor, in Hamburg da mal so eine Regionalgruppe zu eröffnen. Also man muss da ja gar nicht viel tun, sondern man sagt sich, okay, man bestellt jetzt irgendwie einen Tisch irgendwo in einer Kneipe und dann trifft man sich und dann plaudert man und es gibt aber andere Regionalgruppen, die machen dann schon richtig so Quizabende und so weiter. Aber so ein richtiges Ritual, so wie jetzt bei der Äquator-Taufe oder so, sowas gibt es nicht. Man braucht ja auch keine Angst zu haben, dass das irgendwie passieren könnte. Ja, dann schauen wir mal. Das war noch so vor dem ESC, also wir haben das, glaube ich, wir haben das ungefähr so eine Woche, bevor das da dann auf Sendung gegangen ist, hatten wir das aufgenommen. Und könnt ihr euch, ich glaube, bis in den November kann man sich diesen Beitrag noch anhören. Also falls ihr uns irgendwann zwei Jahre später dann hört, dann kann es, dann wird es auch so sein, dass leider dann der NDR wieder diesen Beitrag depublizieren muss und dass es ihn dann eben halt auch nicht mehr gibt. Aber dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal nach Turin. Sonja hat ja schon gesagt, wir haben uns da ja nicht selber hinbegeben, aber wir haben uns natürlich in das Portal eingeloggt, weil wir online akkreditiert sind. Und da haben wir die Möglichkeit, uns die Pressekonferenzen anzuschauen und die proben. Vielleicht mal so im Vorwege. Wir haben uns ja schon per WhatsApp so einiges rumgeschrieben. Und also mir geht es zumindest so, dass es gibt ja ein bisschen Probleme mit der Bühne beziehungsweise mit dieser Sonne, die ja so aus mehreren Ringen besteht. Und die könnte man eigentlich aufmachen, aber es gibt irgendwie Probleme damit. Und deswegen ist es jetzt so, dass diese Sonne während der gesamten Acts, die da gezeigt werden, geschlossen bleibt. Und das ist natürlich ein bisschen ein Problem für so manchen Act, der sich darauf eingestellt hat. Dadurch ist es ein bisschen dunkel. Wie findest du denn jetzt das Ergebnis, nachdem wir sozusagen aus der zweiten Probe alle Durchläufe gesehen haben? Das generelle Ergebnis oder erst mal die Bühne, oder? Ja, ja, genau. Ja, es kommt halt immer drauf an. Also es gibt einige Beiträge, die da jetzt gar nicht so arg von betroffen sind und andere, bei denen es, finde ich, sehr ins Gewicht fällt. Also wir wissen natürlich jetzt auch nicht von jedem einzelnen Act, was hat er mit dieser Sonne geplant? Also was hätte da eigentlich passieren sollen? Wie viel müssen sie noch umstellen? Es fällt generell auf, dass es bei vielen doch relativ dunkel wirkt insgesamt auf der Bühne. Dass sie vielleicht dann noch am Licht anschrauben müssen, wenn einfach dieses, das Ding steht da im Hintergrund. Und es ist einfach, ja, wie hatte Marius Bär gesagt, als ich mit ihm geredet habe, es ist so ein bisschen wie so ein schwarzer Regenbogen im Hintergrund. Also es ist halt auch bei fast allen Settings nicht zu übersehen. Es sei denn, die haben wirklich davor noch ihr eigenes Ding aufgebaut. Also wirklich so, da kommen wir ja auch gleich zu ein paar, die da halt nochmal ihr eigenes Bödenbild draufgesetzt haben, dass man das nicht sieht. Aber manche nutzen halt zum Beispiel die Leinwand, die dahinter ist und dieses Gebilde verdeckt halt sehr viel von dieser Leinwand, dass man die gar nicht richtig nutzen kann. Und bei einigen fällt das schon sehr auf und ich glaube auch, dass da manche wirklich einen Nachteil dadurch haben, je nachdem, was halt damit geplant war. Ja, man kann das ja auch gar nicht mehr so wahnsinnig schnell auch umstellen. Also die Proben sind jetzt ja durch und jetzt kann man nicht noch, wenn jetzt auf einmal dann gesagt, wir haben das jetzt gefixt mit den Motoren, es geht jetzt wieder auf und so, kann man ja jetzt nicht sagen, okay, jetzt stellen wir das auch wieder um, damit die Delegationen das so machen können, wie sie wollen. Ja, für mich ist es in weiten Teilen, weil man muss sich ja so vorstellen, die Proben laufen, die Einzelproben laufen eigentlich in der Reihenfolge auch ab, in der auch, in der das auch in den Semifinals dann auch durchläuft. Und dann hat man schon mal so ein bisschen so einen Eindruck davon, so wer folgt auf wen und da gibt es wirklich so Strecken, wo ich so denke, boah, das ist aber auch teilweise alles sehr, sehr dunkel. Bei manchen Dingen warte ich jetzt noch ein bisschen ab, wie das Fernsehbild wirklich ist, weil ich habe teilweise in dem Portal so ein bisschen das Problem, ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, wenn man so mit DVB-T Fernsehen guckt und insbesondere bei so Acts, die so ein bisschen so Disco-Licht und so weiter haben, da ist das natürlich immer sehr, sehr pixellig, das Bild. Und das ist dann ganz schnell so eine Lichtmatsche. Das weiß ich nicht, ob das nicht in dem realen Fernsehbild wirklich nicht unweit besser aussieht. Das kann natürlich sein, aber insgesamt ist also auch teilweise die Gesichter sind auch gar nicht gut zu sehen. Teilweise ist es natürlich auch so gewollt, weil dann erst später sozusagen der Scheinwerfer dann auf den Künstler geht. Aber das ist halt alles so ein bisschen sehr dunkel und man merkt schon, da hat es wirklich auch so das eine oder andere Problemchen auch irgendwo halt dabei gegeben. Ja, ich finde, es sind auch gefühlt so, es sind einfach viele kleine Lampen eher. Also wenn irgendwer offenbar gesagt hat, jetzt machen wir alle Lichter hier an, beleuchten wir die ganze Bühne, dann sind so, dann geht das so, dann ist das alles so durcheinander. Also weil es so viele kleine Punkte sind, zumindest bei dem, was wir jetzt so sehen. Man muss es vielleicht nochmal kurz aufdröseln. Also es gab eine erste Probenrunde, eine Einzelprobenrunde für jeden und die haben wir nicht gesehen. Im Gegensatz zum letzten Jahr, da haben wir sie gesehen, dieses Mal nicht. Okay, haben wir uns ja schon drüber unterhalten beim letzten Mal. Dann gab es die zweite Runde Einzelproben für jeden, die haben wir gesehen. Aber was wir sehen ist halt, wie du schon sagst, dieses Bild auf dem Laptop, Computer, wo auch immer man das guckt. Und darüber ist noch ein riesengroßes Wasserzeichen. Also das, was wir hier beschreiben, wird hoffentlich im Fernsehen noch ein bisschen besser aussehen. Wir haben natürlich trotzdem gute Eindrücke davon bekommen, aber es ist so, wenn wir jetzt über so Feinheiten reden, dann hoffe ich zumindest auch noch, dass da einiges später besser aussehen wird. Ja, das habe ich letztes Jahr schon gedacht, als wir in Rotterdam die Proben verfolgt haben. Da steht ja immer quer drauf, dass Film von diesem Stream verboten ist. So ist es auch im Pressezentrum dann auch zu sehen. Und da verdeckt ja natürlich irgendwie dieses Verboten irgendwie dann sehr viel teilweise. Und wenn man das dann im Fernsehen sieht, denkt man, ach, so sieht das jetzt aus. Das ist dann manchmal. Ja, genau. Das ist dann manchmal. Das ist die Clean Version. Das ist schon irgendwie. Ja, und wir steigen gleich mal, wir steigen auch gleich in die Einzelproben mal so ein bisschen ein. Was auch ein bisschen erstaunlich war, ist, ja Sonja, du sagtest das schon, es gab ja schon eine, einen Durchlauf. Wir haben den zweiten gesehen und mindestens die Proben aus dem zweiten Semifinale waren jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen, dass man dachte, ihr habt schon mal geprobt und dann habt ihr so viele Probleme. Aber nicht bei den Künstlern, das müssen wir noch dazu sagen, die Technik, nicht die Künstler. Ja, ja, genau, genau. Also es ist halt so, Mikrofone funktionieren nicht in ihrs, also die Sänger können sich teilweise nicht gut hören oder ein Kopfhörer fällt aus und dann werden sie völlig durcheinander. Also da sind so, da sind so einige Geschichten dabei, wo man so denkt, ja, vielleicht auf die italienische Art ruckelt sich das am Ende irgendwie halt auch so zusammen. Also es gibt ja ab, ab Montag gibt es ja dann auch schon die ganzen Durchläufe, da wird vielleicht auch noch so sozusagen das eine oder andere dann ausgewetzt. Aber das fand ich schon ein bisschen nervig und insofern, wir hatten eigentlich jeden Tag auch eine überdimensionale Verspätung. Also die ging dann teilweise über eine Stunde dann schon und das ging schon relativ früh morgens irgendwie halt los. Also das Ärgerliche war dann auch so an zwei Tagen, dass dann auch gleich die allererste Probe morgens um zehn dann auch erst mal gar nicht im Online-Portal irgendwie übertragen wurde. Dann hatte man das dann irgendwann später nochmal nachgeholt, obwohl es im Pressezentrum zu sehen war. Also da haben dann so Leute auch vergessen, auf den Knopf zu drücken, damit wir das dann irgendwie halt auch sehen können. Also das war so ganz, ganz oft war das ein bisschen, dass man so dachte, boah ey, aber du hast das glaube ich auch geschrieben irgendwie, ach die sind ja jetzt erst seit sechs Monaten dabei, das ganze Ding zu planen so. Also es ist halt so ein bisschen, ja, also das hatte ich zumindest in Rotterdam auch ein bisschen professioneller, ein bisschen zügiger noch in Erinnerung. Ja, wobei, also ich glaube Übertragungsprobleme gab es da auch am allerersten Tag, aber danach waren sie glaube ich weitestgehend gefixt und so haben wir sie jetzt fast jeden Tag von neu. Aber naja, gut, ja, also ich finde generell so dieses Online wird immer noch so ein bisschen vernachlässigt, ne. Also man, sie haben ja limitiert die Leute, die vor Ort sein können und der Rest ist jetzt nur online dabei. Es gibt ja auch Leute, die sind physisch vor Ort, aber können sich nur über dieses Online-Ding da einloggen und nicht ins Pressezentrum gehen und so. Und also dafür ist das aber ganz schön stiefmütterlich behandelt, finde ich. Also wie du sagst, da wird vergessen auf den Knopf zu drücken, dann hat man mal, wenn irgendwas nicht läuft, auf einmal so einen ganz fiesen hohen Ton irgendwie, der mal eine Minute lang übertragen wird und so. Also dann, ja gut, die falsch eingespielten Postkarten, ich komme gleich noch drauf, aber wahrscheinlich, die sind dann überall zu sehen, das ist dann wieder andere Technik. Aber ja, auch zum Beispiel bei Pressekonferenzen, es wird dann lieber vor Ort jemand aufgerufen, der davor schon zwei Fragen gestellt hat, als dass nochmal irgendwie was aus dem Online-Fundus genommen wird, wo halt viele Fragen eingereicht werden, eben von den Leuten, die nicht vor Ort sein können. Also so ein bisschen nach hinten geschoben wird man da immer noch. Und das, obwohl ja sonst alles wirklich gut durchgeplant ist, also dass die da an jeder Station Leute haben, die auf die Künstler aufpassen und da sich kümmern und hier und überhaupt. Und auch diese Verspätung, ja, die nerven, die haben mich vor allem am Donnerstag genervt, weil Donnerstag war unser längster Tag und es sollte, glaube ich, um halb neun zu Ende sein und die deutsche PK, die haben sich zum Glück dann beeilt, die deutsche Delegation, da war keine große Pause mehr davor, aber die war vor neun ja nicht zu Ende und um neun hat die Eintracht angefangen zu spielen und ich bin hier schon total nervös geworden, dass ich auch irgendwie vom Fußball noch genug mitkriege. Aber andererseits finde ich es gut, das habe ich nämlich auch schon bei ESCs anders erlebt, es gibt ja eine feste Probenzeit eigentlich. Also wir haben wirklich einen Plan, den habe ich mir ja auch rausgedruckt, aber den kann ja auch tatsächlich jeder einsehen, wer von wann bis wann Probenzeit hat. Erste Probenrunde 30 Minuten, zweite Probenrunde 20 Minuten, so ist es zumindest angesetzt. Und dazwischen immer so ne Pause von, weiß ich nicht, 5 Minuten oder so. Und dass sie aber sagen, okay, es kriegt jetzt wirklich jeder 3 Durchläufe, das ist auch nicht immer so gewesen. Also ansonsten hatten die Ecks halt einfach diese 20 Minuten und dann müssen sie schauen, was sie da reinkriegen. Und wenn sie dann ganz viel noch ändern wollen oder mit der Technik Probleme haben, joch, dann sind die 20 Minuten halt irgendwann um. Und so sind es jetzt aber so viele Probleme, die einfach auch mit den Leuten vor Ort zusammenhängen, dass sie da irgendwas nicht auf die Reihe kriegen, dass ich es nur fair finde, dass einfach jeder seine 3 Durchläufe bekommt. Ja, ich habe es gar nicht, also in Rotterdam war es glaube ich so, dass sie dann manchmal nur 2 Durchläufe dann auch geschafft haben. Ja, und so kenne ich es auch von da, wo ich vor Ort war, ja. Und gut, da kann man natürlich wirklich sagen, boah, die haben jetzt dann wirklich denen die 3 Durchläufe gelassen. So, und das geht natürlich dann zu Ungunsten der Pünktlichkeit. Gut, kann man natürlich dann auch von der Warte aus sehen. Es ist ja dann letztendlich auch eher Proben für die Delegationen, als dass sie die Medienvertreter wirklich was davon haben. Aber zumindestens haben wir ja die zweite Probe ja auch dann gut sehen können. Und ja, man hat immer davor, vor dem ersten, immer vor Beginn des Durchlaufs und am Ende sieht man dann auch schon Postkarten. Ich glaube, das spoilern wir jetzt mal nicht, wie die aussehen. Ich glaube, weil ... Das sind auch unspektakulär, würde ich mal behaupten. Also, das ist auch, glaube ich, fast so das erste Mal, dass man die schon so weit im Vorwege mal so sieht. Weil das hat man meistens erst so bei der ersten Generalprobe dann mal irgendwie gesehen. Und ich finde es ganz okay, aber ich glaube, vielleicht sollte man ja da so ein bisschen das auch mal spannend machen. Und das schaut euch einfach mal an, wenn dann die Live-Shows halt sind. Vielleicht sollte man ja auch nicht unbedingt immer alles dann so erzählen. Aber ... Ich kenne die deutsche Postkarte noch nicht, weil da wurde immer was Falsches eingespielt. Ja, also es ist halt immer so, am Anfang und am Ende von so einem Durchgang irgendwie haben sie dann die Postkarte sozusagen mal eingespielt, um wahrscheinlich dieses Postkarte-Übergang auf den Auftritt so ein bisschen. Und dann war halt dann manchmal, keine Ahnung, Italien. Und dann war, ich glaube, Chanel war heute Morgen irgendwie dreimal irgendwie in den Postkarten. Also, ich weiß nicht, ob das ein Hinweis irgendwie auf den Sieg ist. Man weiß es nicht, aber das kam dann halt. Aber ich glaube, da geht es eher so darum, man will einfach mal so eine Postkarte einspielen, um zu gucken, wie es funktioniert. Weil diese Filme, die sind ja auch einprogrammiert. Da sitzt ja jetzt nicht einer, der so eine Kassette dann reinwirft und dann läuft die Postkarte. Das ist ja halt alles mittlerweile auch sehr stark vorprogrammiert. Und ich denke mal, das wird schon nachher in der richtigen Reihenfolge dann auch so passieren. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich hoffe echt, weil da waren jetzt so viele technische Sachen noch durcheinander. Und wie wir schon gesagt haben, die Einzelproben sind ja vorbei. Und ab jetzt sehen wir dann Showproben. Das kann man vielleicht auch schon mal ein bisschen erklären. Also jetzt, wir sind ja heute am Samstag und morgen am Sonntag ist kein Probentag. Da gibt es nur die Eröffnungszeremonie mit rotem oder welche Farbe er auch immer hat, Teppich. Und dann geht es am Montag in die komplette Show. Also da wird einmal der erste Durchlauf des Nachmittags. Dann ist abends schon das Juryfinale. Also das, was die Jury sehen. Und auf der Grundlage vergeben sie dann ihre Punkte. Dann ist am Tag danach nochmal die Generalprobe nachmittags. Und dann die Show. Also da sehen wir, wenn wir wollen, dreimal hintereinander die Show, bevor sie dann im Fernsehen kommt. Und ich hoffe echt, dass sie dann ihre letzten technischen Probleme auch rauskriegen. Also das waren jetzt noch so viele, die wir da gesehen haben. Da, ja, ich würde noch nicht darauf wetten, dass alles glatt läuft in der Live-Show. Also ich habe letztes Jahr mir dann tatsächlich in der zweiten Woche auch wirklich nur die Live-Show angeguckt, um das Ganze für mich so frisch zu halten. Aber ich habe jetzt eigentlich so heute Mittag schon für mich so entschieden, also ich werde auch mindestens die Generalprobe mir nochmal angucken, um zu sehen, ob es wirklich auch alles funktioniert. Ich habe noch ein bisschen in Erinnerung, dass das auch in Tel Aviv ein bisschen durcheinander war. Ich glaube, es war die norwegische Delegation, die sogar nochmal eine zusätzliche Probe beantragt hat, weil sie so unzufrieden waren mit den Probenbedingungen. Das könnten die es mal alle machen. Und ja, ja, und ich habe also das, deswegen, ich kann das noch nicht so ganz hundertprozentig sozusagen einordnen, ob das jetzt normal ist, weil man sagt ja eigentlich immer, am besten ist immer, wenn in der Probe alles schief geht, dann wird es auch nachher in der Live-Aufführung dann auch alles tippitoppi sein. Das wollen wir mal hoffen. Also insofern können wir mal gucken. Aber es waren so einige Dinge so mit, ja, In-Ear-Probleme und Mikrofone und so weiter. Ein Steadycam-Mann, der dann irgendwie über ein Mikrofonkabel irgendwie läuft und so. Und das sind natürlich Dinge, oder man sieht auch sehr viele Leute trotzdem auf der Bühne rumlaufen, was eigentlich auch nicht so sein soll. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Also das sind so Sachen, ja, und wir sind eigentlich durch mit dem zweiten Durchgang und da ist eigentlich gar nicht mehr so viel und da hat Sonja schon recht. Da gucken wir mal. Also es wird allemal ein spannender ESC, auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, wir starten doch jetzt auch mal dann mit den Einzelproben und wir haben uns da eben gerade schon, bevor wir hier aufgenommen haben, auch schon mal so ein bisschen committed. Und ich glaube, wir gehen einfach mal die Länder durch, die sowieso klar sind. Heute waren die sogenannten Big Five alleinig nochmal dran mit ihrem zweiten Durchgang. Und vielleicht mal, dass wir gar nicht so die Reihenfolge gehen, mal so vielleicht so vorweg. Am Ende der ganzen Proben war Malik, der letzte, der dann auf der Bühne stand, seine drei Durchgänge hatte und seinen Rockstars auf der Bühne geprobt hat. Sonja, sag doch mal, wie hat dir dieser Auftritt gefallen oder nicht gefallen? Also mir hat es total gut gefallen. Und ich bin so froh, dass ich mir dieses Jahr nichts zusammenwirken muss, von wegen, naja, vielleicht wird es ja noch und eigentlich ist ja die Message ganz gut und so. Sondern das ist wirklich, ich kann wirklich sagen, ich finde das richtig cool, was er da auf die Beine stellt. Also um es vielleicht ein bisschen zu beschreiben, ist, er hat so eigentlich ein komplettes Band-Setting oder sogar noch mehr. Also da steht auf der Bühne irgendwie so ein ganzes Drum-Set und ein Klavier und so. Alles, was er gar nicht braucht. Was erstmal so am Anfang ein bisschen irritierend war, aber Erklärung kommt ja gleich. Und dann macht er ja das so, wie beim Vorentscheid, aber halt alles ein bisschen größer. Also beim Vorentscheid konnte man ja kaum sehen, dass er da auf einer Loop-Station rumdrückt und so. Das ist dieses Mal alles besser zu sehen. Also man kann ganz gut nachvollziehen, was er da macht. Weil er halt auch wieder, ja, fängt halt wieder am Keyboard an. Und dann läuft er zu diesem Drum-Pad und haut da ein bisschen drauf und so. Und das setzt dann alles nach und nach ein und spielt eben weiter, wie das auch mit seiner Loop-Station ist. Und dann hat er die Gitarre auf dem Rücken und fängt dann die irgendwann an zu spielen und so. Und rappt dann in die Steady-Cam rein. Also es ist wirklich alles schön stimmig. Jetzt nicht so viel, dass sie irgendwie sich großartig was Neues ausgedacht haben. Sie haben es eben nur auf diese größere Bühne gestellt. Und ja, eigentlich genauso, wie er es sich vorgestellt hat. Er hat es später erklärt, das kann man vielleicht jetzt auch ganz gut dahinter herschieben, dass das für ihn quasi ist wie im Studio. Also, dass er sich da so sein Studio nachgebaut hat, in dem er früher auch geschlafen hat. Er hatte mir ja vor drei Jahren schon mal ein Bild geschickt, wie es da irgendwie aussah, wie er da auf der Couch gepennt hat, weil er einfach Tag und Nacht Musik machen wollte. Und da standen halt auch sämtliche Instrumente in der Gegend rum. Und ob er die jetzt gerade gebraucht hat oder nicht. Und da lag auch so ein Teppich, sie haben jetzt auch einen auf der Bühne. Und das fühlt sich für ihn an wie zu Hause. Und ich finde, das strahlt er aber auch aus. Also, man merkt ihm an, das ist genau sein Platz jetzt. Und er hat Bock darauf, das zu machen. Und er singt es gut. Und ich glaube, dieser Rap-Part, da steigert er sich ja immer noch mal, wenn es zur Live-Show kommt. Das wird richtig stark. Und ja, ich bin komplett zufrieden mit dem, was er da aufgebaut hat. Ich finde es richtig gut. Also, mich freut das auch so, dass mir das so gefällt dieses Jahr. Ich habe da echt noch das letzte Jahr im Kopf. Und da bin ich echt so happy gerade damit. Also, ich weiß nicht, teilst du meine verhältnismäßig euphorische Einschätzung da? Ja, unbedingt. Also, ich habe das, als ich das gesehen habe, habe ich so gedacht, boah. Und vor allen Dingen, um noch mal auf die Bühne zurückzukommen. Sie haben sich tatsächlich was Eigenes einfallen lassen. Für den deutschen Beitrag wird diese Problematik mit dieser schwarzen Sonne überhaupt kein Problem sein. Weil sie sich wirklich, sie haben, glaube ich, in diesem Set sind auch noch so kleine Stehlampen oder so noch drapiert. Also, das ist auch noch aus der eigenen Deko sozusagen mitgebracht. Und ich kann das nur unterschreiben. Also, das ist so ein Band-Setting. Ich habe am Anfang, er hat es jetzt neulich auch bei Das und auch überall woanders auch ja so erzählt, so, ja, ich will das so mit den Drum-Sets und eigentlich wollte ich das auch live einspielen und das geht aber irgendwie halt nicht. Die Merci-Cherie-Kollegen hatten ihn jetzt auch vor kurzem gerade noch im Gespräch. Und da erzählte er schon so, ja, da bin ich aber eines Besseren belehrt worden. Aber man merkt, er hat sich zumindest durchgesetzt, dass er gesagt hat, ich will das so auf die Bühne bringen. Ich will mich so als Live-Künstler präsentieren, so weit wie das bei einem ESC geht. Und das finde ich, das haben sie hervorragend hingekriegt. Und ich habe so ein bisschen Michael-Schulte-Gefühle, dass ich so denke, ich glaube, das wird nicht der Sieger dieses Wettbewerbs. Aber wir können hoch erhobenen Hauptes irgendwie können wir sagen, boah, wir haben einen richtig guten Act, wir haben auch einen guten Künstler. Und je weiter vorne er sich da platzieren wird, umso geiler wird das irgendwie halt. Und wenn das nicht ist, dann können wir trotzdem sagen, wir haben trotzdem was Gutes hingelegt. Und das ist an der Stelle wirklich ganz, ganz viel wert. Aber ich bin mir auch nicht so ganz sicher, so wie einige jetzt auch wieder geschrieben haben, oh, und das wird bestimmt wieder letzter. Erstens mal sind es teilweise alles Leute, die jetzt so vielleicht das Snippet auf YouTube irgendwie gesehen haben, wenn es das überhaupt schon jetzt um diese Zeit jetzt gibt. Wir nehmen jetzt gerade am Samstag um 17.20 Uhr auf, also wird es das auch schon geben. Das ist ungefähr eine Minute. Da hat man vielleicht schon mal so eine gewisse Anmutung. Aber selbst da, glaube ich, kann ich mir jetzt vorstellen, wenn man, wenn man das wirklich wohlwollend sagt. Und er hat auch eine, er hat da auch eine super Stimme und er hatte auch kleine Probleme bei der Probe. Das war aber tatsächlich auch, ich glaube, im zweiten oder dritten Durchlauf, da stoppte auf einmal dann die Musik. Also das sind dann halt so Sachen, da kann er ja nichts für. Also das ist dann halt wirklich so eine, so eine Geschichte, wie sie halt ist. Aber da war es wohl scheinbar nicht irgendwelche in ihr Probleme oder so. Und das war insgesamt eine gute, eine runde Sache. Und die deutsche Delegation hat da, hat sich da, glaube ich, mit ihm zusammen was sehr Gutes überlegt. Also für mich war es ein sehr, sehr guter Gesamteindruck. Und das fand ich, das fand ich ganz, ganz groß. Freue mich schon darauf. Ja, schön, dass du auch endlich die, dass du endlich die Michael-Schulte-Gefühle hast, von denen ich dir bei mir schon vor Wochen berichtet habe. Ja, da kann sich ja noch nicht den Auftritt. Das sehe ich tatsächlich auch so. Ah, ich habe ihm vertraut. Ich finde genau das, was du auch eben gesagt hast. Also man merkt einfach, dass das, dass er so ein Live-Künstler ist und das auch rüberbringen will und das auch rüberbringen kann. Dass das für ihn was ganz Natürliches ist. Und da hat er, glaube ich, auch einen Vorteil gegenüber einigen anderen. Weil es sind ja jetzt auch welche dabei, die halt einfach, ja, die sind noch so jung, dass sie noch gar keine richtig großen Auftritte hätten haben können. Einfach, weil es jetzt zwei Jahre lang nichts gab. Und er hatte das halt schon. Also das ist ja durchaus ein Vorteil. Und den spielen sie ja einfach auch aus mit diesem Auftritt. Und das ist schon super. Und das YouTube-Snippet, ich habe es gesehen, das ist tatsächlich von relativ am Anfang. Also da haut er noch auf die Drumpads und geht nach vorne und so. Das ist ja auch gar nicht der stärkste Part. Also das Stärkste ist ja wirklich, wenn er da anfängt zu rappen in die Steadicam. Und davor ist auch so ein sehr schöner Shot, finde ich. Da fährt die Kamera so zweimal um ihn rum. Und man sieht ihn dann, ich glaube, da sind die Lichter so in so Richtung Gold gehalten. Und dann sieht man ihn natürlich auch so teilweise dann mal von hinten und so mit Schwenk aufs große Publikum und alles. Und das finde ich einen sehr schönen Shot. Und dann ist es ja auch so, wenn dieser Rapper zu Ende ist, kommt lustigerweise, wenn er singt Can we press pause, gibt es ja wirklich so einen Moment, in dem alles kurz pausiert. Da muss ich ein bisschen drüber lachen, da können wir vielleicht nachher noch sagen, warum. Jedenfalls danach kommt ja dann das Finale. Und für dieses Finale ändern sich die Bilder dann ja auch. Weil davor sind sie sehr nah an ihm dran. Also wirklich so auf ihn drauf und alles mit Nahaufnahmen und so. Und dann wird das ja so, dann öffnet sich quasi die Bühne. Dann wird es ja alles so ein bisschen weiter und breiter und so. Und das finde ich auch einen sehr schönen Effekt. Also es ist wirklich komplett stimmig. Und nicht, dass wir das jetzt wieder hier als Teaser so drinstehen haben, ohne dass wir es erklären. Ich erkläre es jetzt doch nochmal schnell. Ich hatte ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das beim letzten, nee, das war bei den Songchecks, gesagt, dass ich bei Vi Adomi ganz genau weiß, also tschechischer Act, es wird einen Moment geben, in dem die Lichter alle ausgehen. Einfach weil ihr Song Lights Off heißt. Und wir haben es gestern gesehen und es gibt diesen Moment natürlich, in dem alle Lichter ausgehen, passend zu. Can we turn the lights off? Und da habe ich schon gesagt, oh Gott, naja, das musste jetzt echt passieren. Und dann macht aber Malik dasselbe mit dem Can we press pause und alles pausiert kurz. Und da dachte ich, naja gut, vielleicht soll ich doch nicht so darüber lästern. Jetzt haben wir es ja doch irgendwie mehrfach. Und bei Malik ist es auch, es ist nett, weil sie es ja auch vom Vorentscheid abhebt. Also, weil ansonsten könnte man sagen, ja gut, so viel ist jetzt nicht anders vom reinen Auftritt her und so. Aber ja, doch, man muss sich kurz schmunzeln über meine Abneigung gegen Tschechien. Ja, da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Aber hast schon recht. Ja, ich wollte es lieber mal erklärt haben, bevor das jetzt hier so dumm im Raum rumsteht. Ja, man vergisst es ja manchmal auch, wenn man sowas erst mal einführt. Fandest du den Moment bei Malik gut? Das würde ich jetzt gerne noch wissen, wie dann kurz alles pausiert. Ja, ich glaube, ich finde schon. Also, mich hat wirklich bei dem Auftritt nichts gestört. Und das passt zu ihm und das ist wirklich, das ist wirklich klasse. Also, sonst wäre es mir auch aufgefallen. Also, ich hätte jetzt dann, ja, das hätte mich jetzt gestört oder so. Also, da muss ich sagen, also ich freue mich da jedenfalls da drauf. Also, schauen wir mal, wie es dann. Er ist bereits schon gelost. Und im Finale wird er in der ersten Hälfte auch auftreten. Ja, aber hat er ja selbst auch gesagt, er ist ja auch von der Eins im deutschen Vorentscheid gestartet. Ja, genau. Ja, dann gehen wir mal weiter. Vielleicht darf ich gleich mal, da kann man, glaube ich, ganz gut überleiten. Was mir da nämlich nicht gefällt, im Vergleich dazu Malik, gehen wir mal ins Vereinigte Königreich zu Sam Ryder und Spaceman. Da ist der Auftritt so, dass Sam auf so einem beleuchteten Podest irgendwie halt steht, umrahmt von so einer Gitterkonstruktion. Und ja, und irgendwann wird diese Gitterkonstruktion auch irgendwie halt aufgeklappt. Er spielt dann auch E-Gitarre, dass er selber trägt so einen schwarzen Overroll mit so Strasssteinchen. Also, wenn jetzt Spanien und Vereinigtes Königreich sehr dicht aufeinander folgt, dann könnte man fast denken, die beiden tauschen dann so gegenseitig dann mal die Kostüme aus. Wobei Chanel hat ein bisschen weniger an als Sam. Und ja, also man muss wieder sagen, er hat natürlich wieder eine fantastische Stimme. Das ist alles irgendwie ganz, ganz groß. Aber da muss ich sagen, ist zumindestens meine Kritik darin, warum sperrt man so einen fantastischen Künstler in so eine Gitterkonstruktion ein, als müsste man ihn verstecken. Da hätte ich mir tatsächlich auch so etwas wie ein Bandsetting vorgestellt. Vielleicht nicht so wie bei Malik, aber vielleicht so ähnlich, wo man so merkt, also er spielt halt auch in einer Band und er hat dann auch ein bisschen mehr Freiheit, sich auch auf der Bühne vielleicht auch zu bewegen und so weiter. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich den Auftritt jetzt so komplett schlecht finde, aber da finde ich eigentlich die Deko ein bisschen, bisschen verkehrt für einen so hervorragenden Künstler. Ja, ich bin da noch hin und her gerissen. Also erst mal hat man natürlich den Vergleich zum Jahr davor und muss sagen, sie blamieren sich nicht so sehr wie im Jahr davor. Gott sei Dank. Das ist wahr. Erstmal haben sie so einen guten Sänger, der in jedem Setting irgendwie alles abreißen könnte und dann sind es zumindest keine überdimensionalen Trompeten. Das ist auch schon mal gut. Und ja, also ich habe das auf Fotos gesehen nach der ersten Probe und dachte, ja, da kann schon gut sein, dass sich da was Gutes ausgedacht haben. Vielleicht auch so ein bisschen mehr mit diesem Spaceman-Thema auch so zu arbeiten. Und du sagst, ja, er sieht so eingesperrt aus, es soll dann ja auch so am Ende ein bisschen der Twist sein, dass sie ihn eben, ja, was heißt befreien. Er bleibt ja an derselben Stelle stehen, aber dass so die Mauern um ihn rum so eingerissen werden und er dann ja auch die E-Gitarre in die Hand bekommt. Und da sieht er ja wirklich aus wie so ein Rocker, der einfach alles gibt und Bock hat, wenn er da diese E-Gitarre hat und noch seine Haare dazu schwenkt und irgendwie so Headbanging macht. Aber ja, ich habe mit dem Setting auch so das Problem, dass, ich weiß jetzt nicht, wie final das schon war, was wir da gesehen haben, weil ich meine, es hat sich so ein bisschen was auch zwischendrin geändert, äh, zwischen den Takes, aber er wird ja teilweise, also wenn er, wenn er von der Totalen gefilmt wird, finde ich das gut, dann sieht das Konstrukt eigentlich ganz interessant aus, gerade wenn man bedenkt, dass es später eingerissen wird. Aber es kommt dann auch eine Steadicam, die ihn erst so von außerhalb dieses Konstrukts filmt und dann sieht man ihn gar nicht so richtig, eben weil immer so diese Metallstangen im Weg sind und das hat mich sehr irritiert, weil irgendwann geht die, glaube ich, rein, die Kamera auf ihn, dann wird es wieder so ein bisschen besser, aber es sieht dann auch nicht so richtig geil aus. Aber da habe ich mir auch gedacht, was soll das? Und dann sind diese, diese Gitterstäbe ja auch verschieden beleuchtet und sind es auch später noch, wenn sie dann eingerissen werden und das große Problem, wenn die eingerissen werden, man sieht wirklich alle Leute, die die runterreißen. Also die sind in der Totalen dann zu sehen und man sieht alle Bühnenmitarbeiter, die diese Dinger halt runterziehen. Da habe ich beim ersten Mal noch gedacht, okay, das ist ein Fehler in der Beleuchtung, aber es war in allen drei Takes so und das, das irritiert mich komplett. Also es ist, ich, mein erster Gedanke war, so viele Leute dürfen doch gar nicht auf der Bühne stehen. Ja, genau. Zumindest, wenn sie zu sehen sind, wenn sie Teil der Inszenierung sind und das sind sie ja fast, wenn sie da so stehen. Das hat mich dann doch schwer irritiert und ja, also ich weiß nicht, viele sehen ihn so weit vorne. Ich glaube, dass der als Typ sehr weit vorne ist. Ich weiß nicht, wie weit er mit dem Auftritt kommt. Also ich glaube, allein durch den Gesang werden die Juries das wahrscheinlich auffressen vor Freude. Aber diese Inszenierung so, die kickt mich jetzt auch nicht komplett. Kann ich nicht sagen, nee. Ja, also das, das ging mir auch so, weil ich so dachte, wenn das, da sind so, na so, 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 so Stahlgriffe und das ziehen dann sozusagen, diese Bühnenarbeiter ziehen das dann so nach hinten, damit es sich aufklappt. Warum filmt man dann in dem Moment in der Totalen? Da würde ich doch dann in dem Moment Sam ganz nah irgendwie aufnehmen, so lange, bis die fertig sind, damit die abhauen können, damit so ein bisschen auch diese, so diese, diese, ja, dass so vorgetäuscht wird, als wenn das jetzt von alleine gewesen wäre. Und wie du schon sagst, so beim ersten Mal habe ich auch gedacht, ah, es ist wohl ein Fehler irgendwie. Da müssen sie noch ein bisschen so, dass sie dann auch schnell wieder weg sind. Aber das scheint so programmiert worden zu sein. Und das, das finde ich irgendwie ganz, ganz schwierig. Und da bin ich mal gespannt, ob das so bleibt. Und wenn es so bleibt, sieht es eigentlich ein bisschen affig aus. Ja, vielleicht ist ja auch, also mein Gedanke dahinter wäre, dass sie natürlich zeigen wollen, wie quasi diese Dinger eingerissen werden und er dann da auf einmal halt so steht ohne diese Mauern um sich rum, also dass sie diesen Einreiseffekt haben wollen. Aber dann wäre natürlich die Frage, vielleicht haben sie es auch einfach nicht hingekriegt, warum sind das kein, warum kann diese Konstruktion nicht mechanisch runtergehen? Also, warum müssen da Leute dran ziehen sozusagen? Warum ist das nicht irgendwie so eingebaut, dass sie halt, dass sie sozusagen als Fernbedienung irgendwie so eingerissen werden können? War das nicht möglich oder wie auch immer? Aber ich finde, das ist ein katastrophaler Effekt. Es ist eigentlich immer ein katastrophaler Effekt, wenn du irgendwelche Leute siehst, die an der Bühne irgendwas bauen während des Auftritts. Also, das nimmt dir ja immer irgendeine Art von Illusion. Und das, es ist ja alles, was wir im Fernsehen da sehen, ist ja so eine Illusion. Wenn du in der Halle sitzt und das Finale guckst oder was weiß ich, auch Proben, auch wenn man das jetzt erstmal noch nicht in der Halle konnte, dann siehst du ja immer, was drumrum passiert. Aber genau das ist es ja nicht. Und im Fernsehbild ist ja in dem Moment die Illusion weg, indem du siehst, wie, weiß ich nicht, da ein Kameramann irgendwo noch an der Seite rumgammelt oder irgendwer irgendwas wegträgt oder so. Also, und deswegen, wenn es Absicht war, war es Kackabsicht. Aber wenn es keine Absicht war, ey, dann macht was dagegen, bitte. Ja, gehen wir mal weiter. Und zwar nach Spanien. Wie hat dich denn Chanel überzeugt? Oh, das war schon ziemlich gut, oder? Also, die stellt da ja eigentlich eine perfekte Show auf die Bühne. Es ist halt, ja, wie ich es schon von Amsterdam auch eigentlich berichtet habe, es ist halt doch arg sexualisiert. Da vielleicht, um da mal kurz einen Schlenker zu holen, ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir vielleicht nicht nach den Halbfinals zumindest dann schon oder allerspätestens nach dem Finale, je nachdem, wer da so mitmacht, auch so eine kleine, ja, so eine kleine Anzüglichkeitsdiskussion haben werden. Denn wenn ich an den Auftritt von Albanien denke, der ja auch sehr in diese Richtung geht, wenn ich an San Marino denke, die sich da auch so irgendwie mehr oder weniger aneinander reiben und ich glaube, im rumänischen Auftritt ist es ja auch so, da wird sich erst an den Tänzer gerieben, dann an der Tänzerin, nee, umgekehrt. Aber, also, ob wir nicht vielleicht so eine kleine Diskussion darüber haben, wie anzüglich da getanzt wird dieses Mal bei einigen und Chanel ist da halt, also, eigentlich der Prototyp dieses Jahr, oder? Also, ich meine, die Männer, die mit ihr da tanzen, da siehst du bei jedem eine nackte Brust und bei den Frauen, die da tanzen, siehst du bei jeder den fast nackten Arsch, also, und darauf ist es ja auch ausgelegt. Das Lied ist darauf ausgelegt, der Auftritt ist darauf ausgelegt, aber es ist halt einfach perfekte Choreo und, also, ich meine, wie sie sich bewegen kann, das ist ja der Hammer und trotzdem singt sie noch gut. Also, die ist halt wirklich mit einem stimmigen Konzept dahin gekommen und hat das einfach so auf die Bühne gestellt und fertig. Also, da muss, glaube ich, auch, zumindest von ihrer Seite muss da eigentlich gar nichts mehr gemacht werden. Das ist ein perfekter Auftritt, den sie dann so hinhaut. Ja, also, ich glaube, wir brauchen auch gar nicht Eleni Fuera irgendwie wieder bemühen. Das steht, glaube ich, tatsächlich, dieser Auftritt steht für sich selber. Das, es ist so ähnlich wie beim Benidorm Festival, aber sie hat es tatsächlich noch um einiges perfektioniert und das war ja auch in Ordnung. Und das, ich glaube, das wird ganz viel Spaß machen und, ja, wie gesagt, sie hat, ja, sie ist so ein bisschen wie so ein Torero irgendwie angezogen. Bei ihr sind dann aber so die Beine so ein bisschen, ein bisschen freier sozusagen, sage ich jetzt mal. Und ein Tänzer zieht ihr dann nachher auch noch das Jäckchen irgendwie halt aus. Und aber das ist insgesamt, also man merkt halt, sie ist ja, glaube ich, auch Musical-Darstellerin und so, die kommt auch überhaupt nicht aus der Puste, auch wenn sie das Ding dann zum Beispiel bei so einer Probe dreimal hintereinander mal eben so macht. Also, das ist ganz, ganz groß und das ist auch zu Recht einer der favorisierten Beiträge des Wettbewerbs. Ich glaube, da werden wir schon sehr gut überzeugt. Und die ersten beiden, ich hatte mir das erst so aufgeschrieben, die ersten beiden, habe ich so gedacht, da fehlt auch irgendwas. Und da hast du mir ja noch geschrieben, da kommt noch Pyro. Ja, und das wollte ich gerade sagen. Und wer hat hier dann bei WhatsApp geschrieben, das ist alles so dermaßen auf Pyro ausgelegt, da muss gleich noch was kommen. Und es kam noch was. Wobei, ich hätte es mir früher, ich hätte es mir früher gewünscht noch, muss ich gestehen. Also, da gab es schon früher in der Performance so ein paar Dinger, wo ich dachte, da könnte man jetzt so ein paar Fontänen schon abschießen. Aber ganz am Ende kommt dann ja noch genug. Es gibt gar nicht so viele Beiträge, die Pyro haben. Also, ich kann mich da nicht so wahnsinnig, und ich hatte nämlich erst, als du mir das geschrieben hast, habe ich so gedacht, nee, ich glaube, da kommt keine Pyro, weil das gar nicht wegen dem Wasser geht. Aber das haben sie, also es kommt so ein Pyro-Regen hinten, kommt dann runter. Und ach ja, genau, und vorne kommen ja auch noch mal so Feuerfontänen am Ende. Und das war in Rotterdam auch so. Da haben sie immer in den ersten beiden Durchläufen das immer ohne Pyro gemacht. Und beim dritten und letzten, da wird dann auch noch mal die Pyro noch mal ausgefahren, damit man das auch noch mal probt, ob das alles funktioniert. Und man kann wirklich sagen, dieser Auftritt wird heiß. Ja, so kann man es vielleicht sagen. Aber ich glaube, es gibt so wenig mit Pyro, wobei so, also es haben ja schon, ein paar haben das schon, aber es gibt so wenige Auftritte mit Pyro, weil San Marino, glaube ich, ganz am Anfang schon gesagt hat, ey, alle Vorräte bitte zu uns, wir brauchen das alles. Ja, genau. Und da war nicht mehr viel übrig. Ja, ja, richtig, genau. Ja, da brennt ja alles am Ende. Ich finde es sehr schön, wenn wir mal was Generelles sagen, es machen viele was mit Bodennebel, ne? Das stimmt. Das passt so schön zum Wasserfall irgendwie. Das ist wahr. Naja gut, und ich glaube auch Pyro, wenn du das einsetzt, das wird sicherlich auch nicht günstig sein. Also, dass sich da vielleicht auch einige Delegationen davon abschrecken lassen. Also, keine Ahnung, was da eingesetzt wird, aber es ist ja zumindestens, weil es auch mit Sicherheit wegen der Sicherheit und so, und da müssen halt dann die Leute da bereitgestellt werden. Vielleicht wird das dann immer schon von vornherein gar nicht genutzt, weil man dann sagt, ja, das wollen wir lieber vielleicht doch nicht machen, weil uns kostet das alleine schon in den Proben irgendwie extra Geld. Und das könnte vielleicht auch ein Grund sein. Ja, aber es gibt halt auch viele, viele ruhige Stücke dieses Jahr. Ja, also, so bei Malik würde zum Beispiel jetzt, wäre es ja irgendwie Quatsch, wenn du da so Feuer abschießt, ja, also, das ist, klar, überlegt man sich das nochmal, aber zu vielen passt es ja auch einfach nicht, ja. Es ist ja halt ein Element von vielen, was du nutzen kannst, wenn es passt und wenn du Bock drauf hast. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ich würde sagen, vielleicht gehen wir auch schon mal zu den Gastgebern und zwar nach Italien. Ja, das ist, also, es ist eigentlich relativ einfach, das Setting. Es ist mehr oder weniger im Dunkeln, sage ich jetzt mal. Die haben sich, da ist so eine, so eine große Scheinwerfer, ja, wie soll man das sagen, so eine Gerätschaft, die dann auch so dann runterkommt und das Ganze dann auch noch so ein bisschen anleuchtet. Aber es ist insgesamt alles ein bisschen sehr im Dunkeln gehalten. Sie singen sich so ähnlich wie beim Sanremo Festival gegenseitig auch an. Da ist noch auf der linken Seite, sitzt da noch so ein Pianomann. Blanco setzt sich da einen kurzen Moment auch mal auf dieses Piano drauf und singt da weiter. Und ja, und dann, so wie wir das, so wie wir das eigentlich auch so kennen. Sonja, haben wir denn da schon den Sieger des nächsten ESC damit gesehen? Ich weiß, du windest dich auch gerade darum, sagen zu müssen, dass du es eigentlich gar nicht so geil findest. Ich nämlich auch nicht. Wenn du sagst, Blanco setze ich da aufs Klavier, ich fand, das sah aus wie so ein Oberstufenschüler, der auf einer Tischtennisplatte abgammelt. Ja, ja, dieses Piano ist auch so, da ist so eine verlängerte Platte drauf. Also so kennt man so ein Piano oder so ein Flügel irgendwie gar nicht. Das ist nur irgendwie so eine Extraanfertigung. Ja, also das ist wahrscheinlich, um so ein bisschen Bewegung auch auf der Bühne irgendwie halt hinzukriegen. Ja, aber haben wir da schon den Sieger? Nee, also ich kann dir eh sagen, wer das gewinnt, da bleib ich auch dabei und die werden es nicht sein. Kann natürlich sein, also, ja, das ist auch wieder so ein Ding, was die Juries wahrscheinlich super geil finden werden. Für mich ist halt einfach dieser hohe Gesang nix, da bleib ich dabei. Ich find's cool, dass die komplett selbstverständlich so ein männliches Duett singen und auch so ein ruhiges Ding. Das find ich cool von der Wirkung her einfach, aber der Song ist für mich, also der macht in meinem Ohr irgendwie jetzt keine so guten Sachen. Also der kriegt mich einfach nicht. Und ja, mag sein, dass er viele andere kriegt, bei mir verfängt er sich nicht. Und leider rangeln sie auch dieses Mal nicht. Beim Sanremo-Auftritt haben sie sich ja so schön kurz angepackt. Das war jetzt zumindest in der Probe noch nicht zu sehen. Aber ich wär mir bei den beiden auch gar nicht sicher, wie viel die uns jetzt in der Probe überhaupt zeigen oder nicht, weil dann müssen wir vielleicht nochmal auf die erste Probe zurück, am Donnerstag. Da war Blanco nämlich noch gar nicht da, der hatte noch ein Konzert irgendwo anders. Und Mahmut war, glaub ich, am Abend davor noch bei einem Konzert in Spanien und lief da irgendwie mit Sonnenbrille rum und meinte dann auch, oh, ich hab zwei Stunden nur geschlafen und natürlich ist das jetzt nicht mein Finaladress, den ich hier anhabe, den verrate ich doch noch nicht und so. Also das war alles noch so ein bisschen, ging alles ein bisschen langsam los. Von daher weiß ich nicht, was wir von denen vielleicht wirklich noch erwarten können in Richtung großes Finale. Ob es da noch ein bisschen was zugibt, was wir jetzt noch nicht gesehen haben. Aber so, ich weiß nicht, so viele finden den so gut. Ich find den jetzt auch nicht schlecht oder so. Wie gesagt, der hat ja auch Aspekte, die ich zu würdigen weiß, aber der Song an sich, der gibt mir irgendwie nichts. Der kann mir nicht helfen einfach. Ja, ich halte es auch ein bisschen für überbewertet. In dieser Live-Auftritt, da geht es mir jetzt ein bisschen so, dass mir speziell auch die hohe Stimme von Mahmut so ein bisschen auch im Ohr weh tut. Also das ist alles ein bisschen sehr hoch. Und wie gesagt, ich finde das auch in Ordnung, aber ich kann es nicht ganz nachvollziehen, warum das der Sieger sein soll. Und ich glaube, er wird es auch nicht. Ich glaube, das ist so ein Favorit, wenn überhaupt irgendwo in Westeuropa. Also wir Deutschen haben ja sowieso immer so ein Faible für Italien. Und das ist hier in Deutschland ganz viele. Vielleicht wird auch Deutschland, Italien zwölf Punkte geben. Das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass das über das gesamte ESC-Land tatsächlich verfangen wird. Also das kann ich mir nicht so recht vorstellen. Bei dem Auftritt ging es mir auch wieder so Richtung Lichtmatsche. Also das war mir teilweise viel zu hell. Teilweise wird in die Kamera so einmal, da geht das so ein, zwei Sekunden, hat man nur noch weißes Licht auf dem Bildschirm. Also das sind natürlich auch alles so Sachen, ob das nachher so live alles so sein wird, ist natürlich immer noch die andere Frage. Aber das kam dann auch noch dazu, wo ich so dachte, ja, aber da ist jetzt auch nicht besonders viel Neues dann auch zu sehen. Das kann ja auch eine Strategie sein, dass man sagt, okay, wir wollen da auch nicht so wahnsinnig viel vom Sanremo Festival dann auch verändern. Aber ich glaube, das ist auch ein Beitrag, für den muss ich Italien sowieso nicht schämen, aber der gut läuft und auch vorne mitspielt. Aber ich sehe das auch nicht als den großen Sieger. Vielleicht machen wir mal weiter mit, zwischendurch nochmal mit Frankreich, Alvane und Ayer mit Fulaine. Das, damit ging ja heute der Probentag irgendwie los und ich kann es im Grunde auch ganz kurz sagen, ist so ähnlich wie beim französischen Vorentscheid gewesen, wo sie da auf Podesten rumtanzen. Da ist noch eine zusätzliche Tänzerin dabei, die auch noch ein paar Bewegungen macht. Alle vier haben gut aufeinander abgestimmte Stimmen, aber, und das wird ja auch in Bretonisch dann irgendwie auch dann gesungen und so. Aber auch da ist es so ein bisschen, da fixt es mich auch überhaupt nicht an. Da weiß ich nicht so wirklich, was ich daran so toll finden soll. Wie geht es dir dabei? Ja, genau so. Wir müssen gleich mal darauf eingehen, was wir unterschiedlich sehen. Das ist mir schon wieder viel zu harmonisch. Ich weiß auch nicht, also die brüllen mich da irgendwie an, ich verstehe kein Wort, weil ja, Bretonisch ist natürlich cool, diese Farbe reinzubringen und Stichwort Farbe, es ist auch alles sehr grün und natürlich mit sehr viel Feuer, aber mich kickt das auch überhaupt nicht. Das war auch schon im Vorentscheid so, dass ich dachte so, ja, okay, was ihr macht, interessant und es bedeutet euch offenbar was. Und, aber bei mir kommt es nicht an und das ist da auch dann ähnlich. Also, da bin ich aber noch gespannter, wie das abschneiden wird, weil Italien, du sagst es, da ist schon bei vielen eh der Bonus, okay, bei Sanremo kommt immer geiles Zeug raus und diese zwei Typen, die wirken ja irgendwie auch und Gastgeber dann auch noch, also das wird Punkte kriegen. Bei Frankreich kann ich es ganz schwer einschätzen, ob sowas gut ankommt, weil es ja doch irgendwie sehr originell ist. Also, es sticht ja schon raus aus allem, was so passiert dieses Jahr, ob es jetzt gut raussticht oder nicht. Es sticht auf jeden Fall erst mal raus oder ob das komplett untergehen wird, weil alle sagen, hey, wir verstehen jetzt nicht, was ihr von uns wollt. Also, ich bin da wohl nicht die Zielgruppe dafür, aber, also, weiß ich nicht, wo siehst du die am Ende? Das kann ich auch im Moment ganz schwer einschätzen, wo die landen werden. Ja, ich glaube, das ist jetzt kein letzter Platz oder so. Ich würde mal sagen, vielleicht in der Mitte, aber ich tue mich da genauso schwer, das wirklich ganz genau einzuschätzen. Keine Ahnung. Aber es ist durchaus interessant, weil alle Big Five-Kandidaten eigentlich nichts für hinten sind dieses Mal, ne? Ja, also, für mich persönlich ist da Frankreich eher das Schlusslicht von allen Big Five, das muss ich sagen. Für mich auch, aber wenn man jetzt mal so theoretisch irgendwie durchdenkt. Ja, ich meine, ist ja, ist ja auch ganz schön, dass es so ist. Wir haben ja manchmal Jahre gehabt irgendwie, da war vielleicht gerade noch Italien wirklich passabel. Und die anderen Big Five-Länder haben da richtig Rohrkrepierer geschickt, also inklusive Deutschland. Und das ist ja dieses Jahr wirklich, sind da wirklich gute, passable Sachen irgendwie halt dabei. Aber mit Frankreich tue ich mich da wirklich sehr, sehr schwer. Okay, das waren dann jetzt erstmal die Big Five. Also, die sind ja auf jeden Fall im Finale. Die haben sich, die sind also automatisch schon gesetzt. Insofern brauchen wir uns da jetzt auch keine Gedanken machen. Oh, werden die das schaffen? Wir werden uns da nachher auch nochmal kurz drüber beugen, bei wem wir denn meinen, wer so ins Finale kommt. Wir gehen jetzt mal so in die allgemeinen Proben irgendwie halt rein. Wir haben uns jetzt überlegt, wir werden das jetzt auch nicht so chronologisch machen, sondern wir picken uns so ein paar Dinge raus, wo wir jetzt so sagen, Mensch, das sticht auf jeden Fall hervor. Und ich mache da mal tatsächlich den Anfang. Ich glaube, da sind wir uns beide aber trotzdem in dem Falle auch noch ein bisschen einig. Weil hier an der Stelle könnte man, ich würde sagen, zumindest potenziell auch davon sprechen, hier reden wir eventuell vom Sieger des ESC 2022. Nämlich die Ukraine mit Kalush Orchestra und Stefania. Das ist eigentlich ein relativ normaler Auftritt. Nämlich die Bandmitglieder stehen in unterschiedlicher Kostümierung auf der Bühne. Man sieht auch die Farben des Landes und sie singen diesen Song so aus einer Mischung aus Folklore und modernem Beat. Und wenn man sich das so in den Proben anschaut, die sind eigentlich ganz gut gelaufen, alle drei Durchgänge von der zweiten Probe. Da hat man schon den Eindruck, wir haben den Sieger gesehen. Ja, ich sehe kein Szenario, in dem die Ukraine das nicht gewinnt. Also für mich ist das auch ein Siegerauftritt gewesen. Und zwar eigentlich erst mal auch ein bisschen unabhängig von der aktuellen Situation. Weil das ist einfach, da kann man es ähnlich sagen wie bei Spanien eben, die kommen da hin und die nageln einfach einen Auftritt dahin. Also das war alles super stimmig. Sie haben es ja so ein bisschen weiterentwickelt, leicht andere Kostüme. Und natürlich ist der pinke Hut geblieben, das muss ja sein. Aber sie haben dann auch so zwei Szenen, in denen sie sich so nebeneinander so schaukelnd bewegen. Und dann werden so ihre Schatten so projiziert. Also natürlich, also es sind nicht ihre Schatten, sondern es sind auf der, auf dieser Wand, eigentlich ist es auf dem Boden, eben dann so mitwackelnde Projektionen eigentlich dann auf dem Boden zu sehen. Das ist neu. Und dann gibt es am Ende diesen richtig schönen Moment, wie sie dann nach vorne gehen und alle klatschen. Und dann natürlich die ganzen Leute in der Halle auch alle mitklatschen werden, gehe ich stark davon aus. Und das wird ein großer Moment dann auch noch. Und also sie haben also ihren, ja, ihren Vorenscheidsauftritt genommen und nochmal weiterentwickelt und gut weiterentwickelt. Und ich glaube, das, also das ist stimmig in sich, das ist ja ein starkes Lied. Also einfach dieser Wechsel zwischen Folklore und dann diesem super schnellen Rap-Part, das ist ja total geil. Und wenn man das auch sieht dreimal hintereinander, dann wird das ja immer lustiger, weil es einfach stark ist, wie der da die Worte hintereinander rauskloppt. Ja, also da kommt dann noch dazu, dass es wirklich, also dass die viele Sympathiepunkte kriegen werden und das halt auch nochmal zurecht. Und dann ist das, also für mich ist das eigentlich durch. Und nicht, nicht in der Art, dass ich sage, es ist enttäuschend, dass wir jetzt schon den Gewinner nahezu kennen. Es muss auch so sein. Also es ist ein starker Auftritt und es ist, ich glaube, da könnte jeder gut mit leben, wenn die das am Ende auch machen. Ja, unbedingt. Aber ich glaube schon, dass es die Kombi ist. Es ist ein guter Song. Es ist jetzt diese, diese Hintergründe, diese Begleitumstände, die das Ganze natürlich, dass man sagt, Mensch, die muss man jetzt auch noch ein bisschen nach vorne bringen. Ich glaube, das ist so ganz viel und wie du schon sagst, ist ein stimmiges Konzept und das, das sehe ich halt ähnlich so. Erstmal muss ich noch kurz sagen, die Ukraine macht wirklich gute Pressearbeit, das noch dazu. Also die scheuen kein Interview, die machen wirklich überall auf ihre Situation aufmerksam, dass die nutzen das wirklich gut für sich auch. Also war schon bei den Pre-Partys und jetzt immer noch so. Und das kommt noch dazu, also dass sie das da für sich nutzen. Und jetzt überlegen wir mal, worüber könnten wir reden und uns vielleicht auch mal ein bisschen zerstreiten, weil wir haben jetzt so viel irgendwie erzählt und waren uns eigentlich, waren uns nur einig. Also ich glaube, ich weiß was, was dir deutlich besser gefallen hat als mir. Wenn wir vielleicht mal auf Moldau gehen, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass dir das trotzdem noch gefällt. Also da hatten wir ja schon die Fäde am Anfang, dass ich sage, auf der Studio-Version ist das einfach nur ziellos und überfordert mich, weil es so anstrengend ist. Und du hast gesagt, du findest das aber geil und unterhaltsam. Und ich hatte darauf gehofft, dass auf der Bühne ein bisschen was passiert. Und ich muss sagen, ich bin enttäuscht worden. Mir passiert da nicht genug. Passiert dir da genug? Ja, ich glaube, ich habe es mir insofern für mich schön geredet, weil ich so denke, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was wir aus diesem Videoclip kennen, der natürlich super lustig ist, auch mit diesem Zwischenpart, der dann so einen Dialog irgendwie halt hat. Und dann dieses Lustige, dass sie da alle da in diesem Waggon da irgendwie dann singen und so weiter. Und ich glaube, deswegen ist es so ein bisschen, dass man so denkt, ach, jetzt stellen sie da auch so einen Waggon irgendwie auf die Bühne. Und dann tanzen sie da drin rum wie in einer Muppet-Show, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, es ist so ein bisschen in dieser Live-Version, wie wir es eigentlich vom Moldauischen oder Moldawischen Vorentscheid irgendwie halt kennen. Da haben sie es ja auch mehr in dieser, ja, ich sage mal, in so einer Live-Version vorgetragen. Und was natürlich dann an der Stelle so ein bisschen, was man sich so ein bisschen dazu denken muss, das wird halt eine Geschichte sein, die darauf einzahlt, dass natürlich Interaktion mit dem Publikum nachher geschieht. Und das konnte man natürlich jetzt nicht sehen, weil die Halle jetzt ja leer war in der Probe. Und deswegen glaube ich, wird das so ein Ding sein. Das wird auch kein Sieger sein. Das wird aber in meinen Augen, ist es locker im Finale drin, weil es was ganz Besonderes ist und sich von allem wirklich so abhebt, was es da sonst so im Wettbewerb in der Richtung gibt. Und von daher, ich habe es dreimal abgefeiert. Ich fand es großartig und es war auch mal richtig hell. Es war dann auch sehr bunt und so weiter. Ich weiß nicht genau, vorne, das war bei zwei Acts war das. Ich war bei Moldau und noch bei einem anderen Act. Da gehen noch vorne so Hebebühnen hoch und dann sieht man da irgendwie halt so Blumen angeleuchtet oder es sind auch noch mal so LED-Dinger. Das habe ich nicht ganz verstanden, warum man sowas auch macht. Aber da ist zumindest ist auch einer der wenigen Acts, wo wirklich, ich glaube, das ist nur bei Stefan noch so aus Estland, wo sie mal die gesamte Bühne auch mal benutzen. Da gibt es halt auch wieder so Catwalk-Stege, die man auch belaufen kann. Das nutzt fast gar keiner aus den Delegationen. Und die nutzen das halt auch. Und auch mit diesen beiden Adverhoff-Brüdern irgendwie, die dann da auch so in die Kamera irgendwie so unvermittelt dann immer so reingrinsen. Also ich finde es ganz groß. Es ist so ein bisschen Eurovision in Oldschool. Und das hat mir wirklich dabei wirklich ganz gut gefallen. Und gut, ich meine, du bist ja sowieso, glaube ich, nicht eine große Freundin dieses Beitrages. Und ich glaube, da kann man dich jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig rüberziehen, dass du jetzt plötzlich sagst, oh, das finde ich jetzt ganz, ganz toll. Nee, aber ich hatte gehofft, dass die irgendwie auf irgendeine Art einen Zug auf die Bühne bringen. Und sei es über Leinwände oder was auch immer. Ja, das Bunte ist ganz cool. Und das finde ich wirklich auch niedlich. Du hast es schon eben gesagt, die zwei Adverhoff-Brothers, die da irgendwie in so schwarz-weißen Anzügen mit ihren Instrumenten da auf der Bühne rum tänzeln so ein bisschen. Und einfach so grinsen und die Zeit ihres Lebens da haben. Das ist so niedlich. Aber ansonsten passiert mir da auch zu wenig. Also die singen über einen Zug und nichts erinnert an einen Zug. Außer, dass sie manchmal so ein bisschen hin und her wackeln, als wäre die Bordtoilette kaputt und sie mussten mal dringend. Nur am Ende, ganz am Ende stellt sich der Sänger da irgendwie hin und macht nochmal Tut, Tut. Und du denkst so, aha, du könntest vielleicht doch was mit dem Zug zu tun haben. Also dieser Bezug wird nicht hergestellt. Bezug, haha. Der Bezug wird nicht hergestellt. Und eigentlich, da hätte man so einen lustigen Chaosauftritt draus machen können. Und das lassen sie liegen. Und deswegen, nee, kriegt mich dann doch nicht am Ende. Gibt es irgendwas, von dem du denkst, das hat dir nicht gefallen, aber mir? Ja, ich hätte jetzt gerade was Umgekehrtes, was mir auch gut gefällt und dir nicht. Und ich glaube, da gehen wir mal nach Serbien. Dann kann ich mich ja muten und mal eine Runde trinken und mal, weiß nicht, was zu essen machen. Konstrakter mit Incorporzano. Ja, man hat eigentlich, eigentlich wieder so ein Flashback auf den serbischen Vorentscheid. Konstrakter sitzt praktisch vor einer, vor einem Wasserbottich und wäscht sich davor die Hände. Um sie herum sind Tänzer so ein bisschen wie bei, wie heißt das, allein durch die Galaxie irgendwie. Die haben dann so Handtücher um den Hals. Reichen ihr das dann nachher so zum Abtrocknen? Und per Anhalter durch die Galaxie. Per Anhalter, genau. Entschuldigung. Per Anhalter durch die Galaxie. Und ja, und es ist halt, es ist ein kleines Theaterstück. Eigentlich auf der Bühne hätte ich mir persönlich sogar noch ein bisschen so eine Weiterentwicklung der ganzen Geschichte irgendwie an. Aber es ist, finde ich, erst mal, ja, es ist im Grunde Kunst so. Also, und das zelebriert sie auch. Die hat auch, finde ich, sie hat eine ungeheure tolle Ausstrahlung, die Konstrakter. Und insofern, das hat mich auch wieder fasziniert. Also, wenn man diesen Song in der Studieversion jetzt so alleine irgendwie halt mal so hört, denkt man, ja, kann ich jetzt irgendwie nicht so viel mit anfangen, weil sie das im Grunde so wie so ein Roboter irgendwie halt singt. Aber so mit der, zusammen mit der Performance ist das ganz, ganz groß und hat mich auch wieder tatsächlich, hat mich wieder auch tatsächlich überzeugt und wäre für mich auch ganz locker im Finale. Also, ich weigere mich eigentlich über diesen Beitrag zu reden. Das Einzige, was ich dazu nur sagen will, ist, sie haben ja ganz offenbar die Flatter bekommen, dass man nicht versteht, was gesungen wird und haben so ganz billige Untertitel eingehauen. Und zwar nicht zum kompletten Song, am Ende ganz viel, am Anfang nur so einzelne Zeilen auf Englisch und es sieht einfach so aus wie super billige Untertitel. Also, wir hatten, glaube ich, beide so den Impuls, so huch, habe ich irgendwo Untertitel eingestellt, so wie man das manchmal bei YouTube oder bei anderen Videos hat. Und nee, es gehört aber offenbar zum Auftritt und ist da auf dem Screen zu sehen. Ja, damit versuchen sie jetzt wohl, weil jeder sagt ja, okay, die hat wohl eine Message, aber wir verstehen sie nicht, weil sie singt ja in ihrer Sprache und nicht auf Englisch oder so. Das versuchen sie jetzt wohl damit irgendwie hinzukriegen. Aber ja, wie gesagt, sonst weigere ich mich, darüber zu reden. Ja, das ist ja sehr, sehr offen. Also, es geht ja schon um Gesundheit und auch, ja, ganz prominent ist ja am Anfang so, warum hat denn Meghan Markle so schönes Haar und so. Also, sicherlich durch das Händewaschen hat man so ein bisschen auch den Link zur Corona-Pandemie, wobei es da wohl auch nicht wirklich vordergründig darum geht. Also, jeder kann noch ein bisschen selber was hineininterpretieren. Aber ich glaube, das ist so ein Beitrag, wie wir ihn nochmal so in späteren Jahren auch immer nochmal eingeblendet sieht. So, wenn man sagt, jetzt machen wir mal so ein Potpourri aus, ja, sehr prominenten ESC-Beiträgen. Und ich glaube, da wird sie, glaube ich, immer mit reingeschnitten in den nächsten Jahren. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Und trotzdem würde ich jetzt sagen, das ist jetzt nicht unbedingt jetzt so ein Spaßbeitrag, sondern das ist schon ernst gemeint. Und da kann man sich auch tatsächlich noch ein bisschen tiefer mit beschäftigen, wenn man das denn dann gerne will. Notiz an mich, ESC-Potpourri-Videos in den kommenden Jahren ignorieren. Genau. Ja, dann such du doch mal was Schönes raus, wo wir uns vielleicht uneinig sein würden. Ich soll was Schönes raussuchen. Ich hätte was Schönes, bei dem wir uns wahrscheinlich einigermaßen einig sind. Sheldon Riley hat einfach eine geile Show hingelegt. Also, wahnsinniger Dress, 40 Kilo schwer. Ich habe mit ihm gesprochen, zwischendrin hat er mir das erzählt. Interview kommt auch bald. Also, man merkt ihm an, dass er Conchita sehr verehrt und singt einfach stark und läuft dann tatsächlich in diesem schweren Kleid auch noch eine Treppe hoch. Und ist einfach irgendwie Drama-Queen, aber auch nicht mehr so wie beim Vorentscheid. Beim Vorentscheid, wir erinnern uns, ist er ja fast zusammengebrochen. So nach dem Moment, in dem er diese Maske abnimmt, sein Gesicht zeigt, da hat er ja fast nur noch geschluchzt am Ende. Und er meinte jetzt aber, ja, jetzt gehört ihm das Lied nicht mehr, sondern es ist quasi draußen für alle. Und deswegen fühlt es sich für ihn nicht mehr so an, als würde er da jetzt so richtig seine persönliche Geschichte singen, sondern als würde er einfach für jeden diese Geschichte singen. Und deswegen mussten wir ihm jetzt nicht dabei zugucken, wie er in der Probe dreimal zusammenbricht, sondern hat das einfach mit einer starken Stimme da runtergehauen. Das fand ich schon, also das hatte eine Wirkung, in dem, wie er das gemacht hat, wie er da aufgetreten ist mit seiner Maske erst und dann nimmt die runter und so. Das war schon stark. Also damit hoffe ich auch, dass er damit sehr weit vorne landet. Das hat mich überzeugt. Für Australien, ne? Ich glaube, das hattest du noch nicht gesagt. Genau, genau, sorry. Ja, ich fand ganz interessant bei den NDR Songchecks, da sagte Jane Comerford auch, dass man das nicht so leicht herstellen kann, so dieses emotionale Übermannte und so weiter. Ja, und das ist aber, glaube ich, tatsächlich, wie du schon sagst, so den Anfängen so ein bisschen geschuldet. Und das hat er jetzt natürlich auch dann wirklich auch, ich sag mal, in den Griff gekriegt. Ist jetzt so ein bisschen doof, weil es natürlich schon auch mit ihm zu tun hat. Ja, aber finde ich ganz, ganz großartig. Ja, da ist so eine Treppenformation ist da aufgebaut, auf der er dann so langsam so aufsteigt. Und das ist schon, und ja, und das Kostüm, das ist natürlich auch alles so schön in weiß gehalten. Das ist irgendwie, ja, ganz, ganz groß. Gefällt mir auch. Also mal sehen, wie weit er, wie weit er damit, wie weit er damit kommt. Wollen wir uns noch mal vielleicht an unsere Nachbarn wenden nach Österreich. Ja, gerne. Da können wir uns ja auch noch mal dazu äußern. Und zwar für Österreich Lumex Featuring Pia Maria mit Hello. Ja, also was ganz interessant ist, der Eyecatcher ist, sie haben da so einen ganz großen Stahlkreis um die beiden herum gebaut. Der ist so mit so Scheinwerfern und in der Mitte stehen die beiden, Pia und auch Lumex, der dann so praktisch, ja, wie so ein DJ, das kennen wir ja dann auch schon, da praktisch, da seine, ich würde mal sagen, seine Arbeit verrichtet. Und, und Pia singt dann dazu und ich persönlich tue mich damit leider sehr, sehr schwer, weil zum einen, wir haben das ja schon mal angesprochen, diese DJ-Performance ist natürlich nicht so ganz so schlüssig irgendwie, weil man genau weiß, er macht das ja nicht live. Ja, bei Malik könnte man jetzt auch sagen, ja, der spielt das ja auch nicht alles live ein, aber da ist es natürlich noch ein bisschen, ich will mal sagen, noch ein bisschen offensichtlicher, dass das ja so nicht sein kann. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch nicht so ganz von der Stimme von der Pia wirklich so überzeugt. Der ORF hat sich ja dazu auch geäußert, dass sie eben halt auch aufgrund einer Corona-Erkrankung sind ihre Stimmenbänder auch irgendwie halt angegriffen gewesen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass das da nur daran, daran liegt. Also sie wird ja auch ein bisschen von eingespielten Backings auch noch ein bisschen mitgestützt. Und ich finde das insgesamt als Gesamtpaket, es tut mir leider leid, aber für mich nicht so ganz schlüssig. Und es könnte mit Österreich auch tatsächlich fürs Finale so ein bisschen wackeln, glaube ich. Ja, ich bin da auch noch nicht ganz überzeugt, aber ja, da muss man vielleicht sagen, der erste Probendurchlauf, der war ziemlich schlecht, den wir gesehen haben. Also von diesen drei Takes, der erste da, ach du lieber Himmel, das wird ja nie was. Und dann haben sie sich aber ziemlich gesteigert, fand ich, in diesen Proben. Also der letzte war dann sowas von deutlich besser als der erste. Das war also so ein Sprung, wie ich ihn eigentlich bei, kann mich nicht erinnern, bei irgendeinem Eck das noch gehabt zu haben. Vielleicht außer bei denen, die am Anfang ganz fiese technische Probleme hatten. Aber weil am Anfang, da kam sie mit dem Backing-Track auch gar nicht ganz synchron hin. Das ist ja, die wurden eh manchmal auch komisch abgespielt, aber das hat nicht so aufeinander gepasst. Und ja, wie du sagst, die Stimme war nicht so ganz da. Aber was sie halt versuchen, und wir haben dieses DJ-Problem schon oft angesprochen, aber sie versuchen, Lumix irgendwie so ein bisschen mit einzubeziehen. Also eigentlich geht ja der Track als Studio-Version direkt mit ihrem Gesang los, was ja auch immer so ein Risiko ist in so einer Live-Show. Wenn du sozusagen am ersten Ton direkt singen musst und nicht einfach so ein kurzes Instrumental hast, um reinzukommen. Und sie umgehen das so ein bisschen, indem erst Lumix halt die Menge anfeuert. Also die Menge, die jetzt noch nicht da war, aber dann da sein wird. Und ja, sie stehen in diesem Lichterkreis. Auch das sieht ein bisschen eingesperrt aus. Also ich meine, er steht ja sowieso hinter dem Pult und sie hat dann so einen Banken-Radius. Und eigentlich ist das ja so ein Halbkreis, in dem sie sich da dann bewegen kann vor ihm. Aber später geht sie ja dann so zu ihm und sie feuern dann zusammen so ein bisschen die Menge an. Da wird es dann auch viel besser. Also da kommt dann ja auch irgendwann der Part, in dem es nur lalalala geht. Dann ist es ja auch noch nicht so schlimm mit dem Gesang. Also dann geht es ja sowieso nur noch um Anfeuern und Mitklatschen und so. Und das gibt der Song ja eigentlich ganz gut her. Also der ist ja in der Studio-Version ja auch schon einer der Top-Hits, würde ich mal sagen, aus diesem Jahr. Ich finde auch, dass er das auf der Bühne nicht ganz rüberbringt. Und ich weiß nicht, also ich hoffe, dass er das trotzdem irgendwie fürs Finale reicht. Aber so als Live-Performance überzeugt er mich auch nicht ganz. Aber also so schlimm, wie ich es nach dem ersten Probendurchlauf dachte, war es dann am Ende nicht mehr. Ja, aber es ist halt, also mir geht es schon mit dem Song so ein bisschen los, wo ich so denke, ja, finde ich auch eher so unterdurchschnittlich. Aber wie gesagt, ich würde mich auch tatsächlich freuen, wenn die Österreicher da tatsächlich so weit vorn wie möglich sind. Wir haben neulich, wir sind ja auch bei YouTube irgendwie zu hören, da hat irgendwie auch jemand scheinbar aus Österreich, aber in Englisch drunter geschrieben, ja, möchte das gerne nochmal in diesem Leben erleben, dass Deutsche auch sich mal positiv über einen österreichischen Beitrag äußern. Da will ich nur sagen, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Sondern wir bewerten natürlich so auch nach unserem, sagen wir mal, auch mal subjektiven Meinung. Und das wird sich von Jahr zu Jahr auch immer ändern. Und da gehe ich nicht ran und sage, ah ja, weil es Österreich ist, sage ich jetzt irgendwie, das finde ich jetzt nicht so gut. Insofern, das geht wirklich, wir bewerten jetzt diesen Song, der halt uns vorliegt und die Performance. Und das kann im nächsten Jahr nochmal wieder ganz anders sein, wenn sie da irgendwas bringen, wo ich auch völlig überzeugt davon bin. Dann werde ich das auch so sagen. Also das nur nochmal so als Hinweis auf diese Geschichte. Sehr gut. Da wir es gerade mit Backings hatten, habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, es ist ja wieder so, es dürfen auch Stimmen auf dem Backing-Track sein. Also es muss nicht alles live gesungen werden, wie sie es ja im letzten Jahr schon eingeführt haben. Was ich immer noch kacke finde. Und es gibt auch ein paar Momente, in denen ich es besonders kacke finde. Hast du auch einen Moment, in dem du denkst, boah ey, dass diese Stimmen jetzt vom Band kommen, das nervt mich gerade. Fällt dir da irgendwas ein? Weil mir fällt ganz konkret ein Beispiel ein, in dem es mich richtig böse macht. Oh, sag mal. Und zwar bei der Rasmus. Da ist nämlich auf dem Backing-Track, ist lustigerweise nicht deren Stimme, sondern die haben auf dem Backing-Track mit drin und fingieren, wie die Menge ihnen den Refrain entgegenschreit. Also was heißt den Refrain? Einfach nur Jezebel halt. Aber dass sie aufhören zu singen und die Menge ihnen das entgegenschreit. Und das ist auf dem Backing-Track drauf. Ach ja, ja, stimmt. Ja, kann ich mich erinnern. Weiß ich gar nicht, ob das als eine Art Core-Element schon fast wieder auch sonst erlaubt wäre, keine Ahnung. Aber das nervt mich so. Und es gibt mehrere Stellen, an denen mich das stört. Und es gibt auch Stellen, an denen sie dann in der Probe noch nicht so synchron waren. Und dann ist es halt auch eher scheiße, wenn du dich zur Hälfte auf dem Backing-Track verlässt, was die Stimmen angeht und so. Ich bin mit der Regelung immer noch nicht glücklich. Ich glaube zwar nicht, dass sie es noch irgendwie wieder zurücknehmen, weil das Kind ist jetzt quasi in den Brunnen gefallen. Aber ich merke dann doch immer mal wieder an genau so Stellen, dass es mich unglücklich macht. Ja, ich glaube auch nicht, dass man es zurückdrehen wird. Ich glaube, das ist jetzt einfach so gesetzt. Das heißt, wie gesagt, ich denke mal, der Rubikon ist, glaube ich, dann überschritten, wenn man jetzt sagen würde, jetzt machen wir voll Playback. Dann wäre es, glaube ich, nicht mehr so der ESC, wie ich ihn auch irgendwie tatsächlich weiter unterstützen würde. Ich glaube, es muss schon noch eine Hauptstimme sein, die live eingesungen wird, damit es noch so was wie eine gewisse Unsicherheit gibt. Na, wird das was mit dem Act oder wird es nicht? Weil wenn es jetzt nur noch im Vollplayback ist, ich glaube, dann wird das halt auch nicht mehr so, wie es mal eigentlich gedacht war. Wenn man jetzt sagt, man kann Backings einspielen, dann ist es natürlich schwierig. Wo hört man, wo fängt man an, wo hört man auf? Also selbst da, wo es nicht gelungen ist, muss man es ja dann zulassen, weil man hat es ja vorher auch, man hat ja gesagt, ja, das geht. Damit man halt so ein bisschen auch die Delegationen aufgrund von Covid und so weiter kleiner macht. Aber ich glaube, das hat mit Covid fast nichts mehr zu tun, sondern man wird das auch, glaube ich, dauerhaft so beibehalten. Und ja, ich weiß nicht, wenn es nicht gut gemacht ist, wird es der Zuschauer, glaube ich, auch relativ schnell merken und wird dann auch seine Urteile darüber fällen, ob er das gut oder schlecht findet. Also mir fällt da jetzt im Moment kein Act ein, wo mir das, wo mir das wirklich so stark irgendwie aufgefallen ist. Also obwohl wir das vorhin so abgefeiert haben, so ein bisschen ist es bei Chanel so. Da denke ich auch manchmal, da gibt es auch so Parts, hätte sie das nicht selber singen können. Es sind ja sehr schnelle Übergänge. Vielleicht hat man es da so ein bisschen eben halt dann auch lieber eingespielt. Aber da wird es ein bisschen, da wird es ein bisschen, ein bisschen unrund. Aber ansonsten, nö, weiß ich jetzt gar nicht. Sie haben dich schon. Mich stürzt immer noch an vielen Stellen. Naja, du guckst ja auch immer sehr stark, ob das noch regelkonform ist. Wenn ich vorhin sage, bei den, bei Sam Rider irgendwie mit den Bühnenarbeitern, dann guckst du schon drauf, sind denn das mehr als sechs? So weit habe ich gar nicht geguckt. Wir bleiben doch gleich mal in der gleichen Nähe, nämlich mit der Schweiz. Marius Bär, Boys Do Cry. Als das, als das irgendwie halt zum Vortrage kam, habe ich, war mir das ein bisschen zu reduziert. Nun ist das ja so eine sehr kleine, balladige Nummer. Es ist auch sehr, sehr dunkel, sehr reduziert. Und eigentlich ganz schöne Kameraeinstellungen. Du hattest ja neulich schon irgendwie erzählt, dass er das eben halt dann auch so ein bisschen, dass, dass sie sehr viel mit Nahaufnahmen irgendwie halt arbeiten, damit er so praktisch fast im Wohnzimmer der Zuschauer irgendwie halt ist. Ich finde, das haben sie auch ganz gut irgendwie so hingekriegt. Aber ich finde, für diesen kleinen Auftritt passiert mir ein ganz kleinen Ticken zu wenig auf der Bühne. Und insgesamt auch das Outfit von ihm, diese, diese, diese Lederjacke und so weiter. Irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, die Sachen scheinen ihm auch ein bisschen zu groß zu sein. Jedenfalls scheint es so. Er ist ja schon auch sehr, sehr groß, sehr bärig sozusagen. Aber irgendwie das Outfit gefällt mir auch nicht wirklich. Und es ist halt irgendwie alles für mich sehr, sehr, sehr dunkel. Ja, nee, doch, ist so. Und ich glaube, er ist auch einer von denen, der so ein bisschen Pech damit hatte, dass eben diese riesige dunkle Sonne noch im Hintergrund steht und das irgendwie ein bisschen zusätzlich kaputt macht. Ja, ja, ich glaube, er wollte das aber ansonsten genauso und mit diesen Nahaufnahmen und wirklich so ein Gegenpol irgendwie sein zu diesem Tanzen und Feiern und Singen und eben einfach so mal die ruhige Nummer reinzubringen, das Nachdenkliche und so die Leute direkt mit reinzubringen und so. Ob es das trägt am Ende, weiß ich nicht. Ich würde es ihm sehr wünschen, weil er ist ein super starker Sänger. Ja, er hat sich jetzt halt entschieden, mit der Facette zum ESC zu kommen, weil er hat ja auf seinem Album auch ganz andere Sachen. Also da sind ja auch Abtempo-Songs dabei und so, hätte er ja auch alles machen können. Also ich wünsche es mir, dass er weiterkommt. Ich sehe es aber immer noch so, dass es bei ihm diesen Vincent-Bueno-Effekt gibt, dass du denkst, ja, super guter Sänger, wichtiges Lied, edel inszeniert, aber es verfängt nicht genug beim bunten, wilden Zirkus-ESC. Also die Gefahr sehe ich bei ihm immer noch. Und witzig, ich weiß nicht, ist dir aufgefallen, dass er bei der Probe, die wir gesehen haben, hat er ja geschminkte Augen, ne? Ja, ja. Und das war aber eigentlich gar nicht so eine Absicht, hat er mir dann später erzählt. Okay. Er wollte es mit so ein bisschen Eyeliner versuchen, weil er wollte so eine Betonung ein bisschen auf die Augen legen, weil er meinte, dass er auch jemand ist, der so, wenn er halt singt, auch eher so ein bisschen dazu tendiert, die Augen so ein bisschen zuzumachen. Aber eigentlich will er da die Leute direkt angucken und so, deswegen haben sie überlegt, wie können sie seine Augen ein bisschen betonen. Und dann hat ihm wohl die Stylistin da viel mehr Eyeliner drauf gemacht, als er eigentlich wollte. Und er hat da, abends hast du ihn auf Videos noch gesehen, wie er dran rumgekratzt hat und versucht, den wieder abzukriegen. Und meinte, nee, also mit so einem fetten Eyeliner wird er da auch nicht nochmal auf der Bühne stehen. Auch nicht, also wollte er das jetzt auch nicht so zu einem Beitrag machen, in dem so eine Gender-Diskussion dann kommt. Also so von wegen, da steht jetzt ein Mann, der irgendwie teilweise geschminkt ist wie eine Frau oder so. Darum geht es halt in dem Lied auch einfach nicht. Und deswegen war das ein bisschen zu viel Betonung der Augen. Aber es ist mir auch direkt aufgefallen, dass ich dachte so, boah, dass er so die Augen krass schminkt, hätte ich nicht gedacht. Aber dann habe ich auch erfahren, okay, es war eher ein Unfall. Okay, okay. Na gut, warten wir mal ab, dann ist das ja vielleicht das nächste Mal, haben wir dann auch einen ganz anderen Auftritt. Und dann sieht es vielleicht nochmal ein bisschen anders aus. Na gucken. Ja, ich drücke ihm auf jeden Fall fest die Daumen. Guter Typ, netter Typ. Wir hätten beinahe die Namen getauscht. Also als wir uns einander vorgestellt haben beim Zoom-Interview, habe ich gesagt, ja, Bleistift-Rocker. Und er meinte, oh, das ist ja ein cooler Name. Und ich habe mich einfach nur Bär genannt. Na cool. Mir ist gerade noch tatsächlich ein Land aufgefallen. Ich glaube, da sind wir auch sehr unterschiedlicher Meinung. Und zwar Armenien mit Rosalind und Snap. Dieser Beitrag, dieser Act ist mir aufgefallen. Also wir haben ja in der, bevor die zweite Probe war und man sich das schon mal so angucken konnte, konnte man ja schon mal Bilder sehen von dem Auftritt. Also man sieht sie, ja, das soll wohl ihr eigenes Zimmer sein. Da sitzt sie auf dem Bett am Anfang mit einer Gitarre und beginnt zu singen. An den Wänden sind so, ja, wie so kleine Haftzettel, alles so in weiß gehalten. Und da haben schon ganz viele Leute geschrieben, ah, ist ja wie Toilettenpapier und so weiter. Und deswegen will ich das eigentlich mal so ein bisschen noch mal so nach vorne bringen. Und mich hat eigentlich diese Umsetzung sehr, sehr überzeugt. Ich fand das eigentlich ganz spannend, weil ich das manchmal auch, also mich hat das so ein bisschen erinnert, auch an diese Aufbauten von Dänemark 2019. Da war das dann so ein bisschen, das war ja auch erst in so einer kleinen Box. Also die Zuschauer vor Ort in der Halle sehen auch, haben da die Sängerin auch erst gar nicht gesehen, bis das dann irgendwie aufgezogen wurde. Und hier ist das ähnlich. Da habe ich erst so gedacht, sie steht die ganze Zeit sozusagen mit dem Rücken zum Publikum in ihrer Box und man sieht sie gar nicht. Aber in Wirklichkeit wird das Ganze während des Songs dann noch mal gedreht. Und an diesen Wänden jeweils sind so Haftzettel und da ist aber so vorpräpariert, dass sie immer nacheinander an den Wänden da so Teile abreißt. Man sieht zum einen The Last One, den 22. Juni, dann sieht man ein Herz und zum Schluss noch mal den Songtitel Snap. Und der Song ist ja so ein bisschen Sing-A-Song-Writer-mäßig und das ist ja so eigentlich so eine Art, wie sie eigentlich in Deutschland in den Radios eigentlich auch so ganz gut läuft. Und irgendwie ist das zumindest für mich als Westeuropäer, als Deutscher eigentlich ein ganz gängiger Song. Ich vermute den jetzt erst mal gar nicht in Armenien, wo ich auch erst mal so dachte, naja, das ist so eher so durchschnittlich. Aber so in der Kombi mit diesem Auftritt fand ich das irgendwie ganz, ganz groß. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, das hat für mich Trash-Potenzial, wenn ich die Fotos sehe. Ich glaube, deswegen willst du auch noch mal drauf hinaus jetzt. Ja. Teilweise hat es mich überzeugt und teilweise hat es mich auch nicht überzeugt. Also eigentlich, wie sie da am Anfang ganz in weiß, in diesem weißen Zimmer mit dieser weißen Gitarre sitzt. Weiße Gitarre sowieso. Gleich mal bitte irgendwelche Beiträge an Ralf Siegel zahlen, weil das darf nur Nicole. Und dann, ich weiß nicht, also das wirkt mir nicht immer so abgestimmt, weil sie, manchmal rennt sie dann so durchs Zimmer, manchmal steht sie einfach nur rum und dann fängt sie wieder schnell an zu rennen, um rechtzeitig noch irgendwelche Zettel abzureißen. Und ja, das sind dann so Fetzen aus ihren Songtexten, die dann da erscheinen. Also ich meine, sie singt ja auch vom 22. Juni irgendwas in ihrem Song, aber in dem Song versandet das so, weil sie auch, ich meine, sie singt ja sowieso viele Zahlen und da kriegt man das gar nicht mit, aber da ist dann auf einmal an der Wand dieses 22. Juni und man denkt sich, hä, was ist denn? Was ist denn mit 22. Juni? Also sie hat es ja auch noch nie irgendwo richtig erklärt, was jetzt mit dem Tag ist. Nee, nee, sie sagt das nicht. Ja, dass da irgendwas Inspirierendes war und dass sie daraufhin diesen Song geschrieben hat oder wie auch immer. Und wenn man keine Erklärung hat und da steht jetzt einfach so ein Datum, hä, was ist denn? Also dann hat sie auch noch dieses Doppeldeutige mit dem Einmal-Snap, so, ja, läufst du jetzt am 22. Juni Amok und erschießt jetzt alle oder was? Also es ist so ein ganz komischer Vibe dann zwischendurch. Und ja, ich glaube, irgendwann wurde ihr dann vor dem dritten Take gesagt, so, ja, lach mal ein bisschen mehr und dann irgendwie grinst du so. Sie ist dann so die ganze Zeit irgendwie, weil davor war sie ein bisschen teilnahmslos, so in ihrem Gesichtsausdruck, das muss man auch sagen, aber dann hatte sie noch so ein komisches Grinsen dann im Refrain dazu drauf und so. Das war alles so ein bisschen, also ein bisschen unterschwellig, hat es mir ein bisschen Schiss gemacht. Und ja, der Twist am Ende ist wirklich gut, das fand ich dann auch. Also, wo sie dann so die Decke ein, also die Decke, die Wand einreißt. Ach ja, genau, das ist ja am Ende auch noch. Genau, erzähl mal, was da noch am Ende ist ja dann noch, ne? Ja, also dann irgendwann fängt es hinter ihr so an zu blinken in einem Kreis oder was ist blinken? Es ist so ein bisschen, also die Wand ist so in so einem Kreis beleuchtet und da geht sie dann hin und reißt diese Wand ein und steht dann so in so einer Art Loch in der Wand und sinkt dann durch dieses Loch zum Hallenpublikum. Und das finde ich, das finde ich wiederum, das ist ein guter Twist. Also, der hat mir dann gefallen, der hat mich wieder so ein bisschen reingezogen und mich auch so ein bisschen aus diesem Cringe-Moment von davor rausgeholt. Also, das hat mir dann doch wieder zugesagt. Das war das, was man natürlich vorher nicht auf den Bildern gesehen hat und so. Da dachte ich, okay, das rettet das jetzt so ein bisschen. Und das ist jetzt nicht so komplett als Meme versandet am Ende, was es vielleicht trotzdem tut, keine Ahnung. Können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, was noch so ein Meme-Potenzial hätte. Aber, ähm, naja, es ist, also, abgesehen davon, dass ich den Song auch immer noch zu langweilig finde, ja, Singer, Songwriter, ja, nett und alles, aber der verfängt sich bei mir nicht. Und deswegen, ich bin da noch hin und her gerissen. Also, ich glaube, größtenteils doch eher Cringe. Ja, ja, deswegen habe ich es nochmal, aber ich, ich, äh, ich fand das zumindest so von der Kombi her, fand ich es ganz gut. Es ist ja auch schon im, im, äh, im Clip ja so, wo sie dann mit diesem Haus durch die Gegend fliegt. Das ist jetzt auch keine neue Idee. Ähm, weiß man ja, Disney-Film und so. Aber, ähm, und, und jetzt haben sie sozusagen das nochmal auf der Bühne auch nochmal so ein bisschen daraufhin übersetzt. Und das fand ich, wie gesagt, äh, eigentlich zumindest schon mal, äh, erwähnenswert. Und ich glaube da, äh, wenn Armenien kommt, da könnt ihr vielleicht nochmal tatsächlich nochmal ein bisschen genauer drauf, drauf schauen. Ich hätte noch gesagt, Meme-Potenzial, äh, ganz kurz, um es einfach nur mal erwähnt zu haben. Fladana, Montenegro. Ja. Die hatte uns in der zweiten Probe dann mit einem neuen Outfit überrascht, ne? Und ich kann das eigentlich gar nicht richtig beschreiben. Es ist total schwierig. Also, es war auf den Fotos zur ersten Probe noch nicht. Sie hat's also wirklich dann sich, äh, neu dazugeholt. Also, sie hatte ein blaues Kleid an und da dran irgendwie festgeschnallt oder wie auch immer war so ein kreisförmiges Gebilde, was dann so hinter ihr war. Also, es sah aus, als hätte sie so ein, ja, so eine Art Riesenventilator hinter sich oder so ein, weißt du, so ein Antrieb, mit dem sie irgendwie so, so gleich losfetzt. Also, sehr seltsam, so ein Kreis hinter sich. Und, weiß nicht, ob du die PK dann mit ihr gesehen hast, da wurde sie dann auch danach gefragt. Und da hat sie dann erklärt, ja, das ist so ein bisschen die Form von Lungenflügeln natürlich auch, weil Bree's und es geht um ihre Mutter, die ja an Covid gestorben ist und alle anderen Covid-Toten und so. Und außerdem waren da so Lichter rein, wie soll man sagen, reinmontiert oder wie auch immer. Und dieses Gebilde hinter ihr, das leuchtet sozusagen auf, passend zu ihrer Stimme. Also, das, da ist so ihre Stimme mehr oder weniger so auch so drauf projiziert oder durch diese Lichter da irgendwie so, wird ihre Stimme dadurch reflektiert. Das ist, äh, eine nette Idee, finde ich. Auch sie ist ja Fashion-Bloggerin und so, klar, dass sie sich da sowas ausdenkt oder auch machen lässt. Aber ich finde, das erschließt sich nicht. Also, mit dieser Erklärung, die ich dann bekommen habe, ist es, ja, gut, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Aber ich glaube, wenn sie das auch in der Fernsehshow dann am Ende anhat, dann ist es einfach nur Meme-Potenzial. Ja, also, ich glaube, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, weil der Song natürlich auch sehr gewöhnlich ist, ne? Also, das ist einer von den Songs in einem Jahrgang, wo ich dann tatsächlich schon, wenn der verklungen ist, auch schon gar nicht mehr weiß, wie der genau geht. Und das geht mir jetzt bei dem auch so. Und dann muss man natürlich ein bisschen auffallen mit Kleidung oder was weiß ich. Und insofern ist das, glaube ich, eher so eine Effekthascherei, die da so gemacht wird. Ich finde den Song nicht so schlecht. Mich kriegt der immer noch. Gut, aber was wir vielleicht noch besprechen müssen, weil sie auch eine der Mitfavoritinnen ist, ist ja natürlich Schweden, ne? Und das war, glaube ich, die Probe, bei der am meisten schiefgegangen ist. Ja. Fällt dir noch eine ein, die so katastrophal war? Nein, es war vor allen Dingen also die Probe von Freitag, also von gestern sozusagen, wenn wir hier heute am Samstag aufnehmen. Die ist eigentlich insgesamt gar nicht so toll gelaufen. Und klar, bleiben wir gerne mal bei Schweden. Da, ich würde sagen, da habe ich das so, also man kann ja im Grunde sagen, das ist der Auftritt wie beim Mellow Festival. Also sie steht vor diesem grünen Reflektor, der da grün angeleuchtet wird. Und sie sitzt da erst zunächst auf dem Boden, hat auch wieder dasselbe Outfit wie bei Melodiefestivalen an. Das machen ja die Schweden eigentlich im Grunde oft so, dass sie dann eigentlich schon bei Melodiefestivalen schon fast den fertigen Auftritt haben, den sie dann eigentlich nur noch auf die ESC-Bühne stellen. Und vielleicht noch vereinzelt bei Manzelmalöw war das ja so, da mussten sie noch eine andere Figur zeichnen, weil es da irgendwelche Urheberprobleme gab. Aber da war es dann irgendwie und bei Cornelia kann man auch noch sehen, sie hatte ja auch beim Melodiefestivalen so ein ganz anderes stylisches Mikrofon auch in der Hand. Da gab es auch tatsächlich schon so einige Probleme, es knackerte da irgendwie sehr, sehr stark. Und ich habe das vorhin schon erwähnt, dieses Mikrofon ist auch schnurgebunden und da ist dann der Kameramann von der Steadicam dann auch noch auf das Kabel dann getreten und sie konnte dann nicht aufstehen und also es war so ein bisschen, es war wirklich und man sah auch, dass sie sehr, sehr genervt war. Ja, ich habe aber auch ein bisschen entdeckt, dass sie mit ihrem eigenen Auftritt auch ein bisschen gehadert hat, wo ich mich da aber ein bisschen gewundert habe, dass sie ja eigentlich nur noch das abspulen muss, was sie beim Melodiefestivalen abgespielt hat. Und da habe ich vereinzelnd auch irgendwie Probleme gesehen und das ist natürlich jetzt nicht ein Problem der Technik gewesen. Also das sind nur, das waren nur so kleine Details, das meiste waren technische Probleme, aber das habe ich irgendwie halt auch wahrgenommen, dass sie da so ein bisschen auch Probleme hatte. Ja, nicht so ganz, also sie hat einfach keinen perfekten Run hinbekommen, weil immer wieder was dazwischen kam. Und ich glaube, dass sie, dass sie das irgendwann auch den Zahn zieht und dass sie dann einfach bei dem letzten Teg, der dann irgendwie der, was weiß ich, fünfte, sechste oder so war, wie oft musste sie da neu ansetzen, das war ja fürchterlich. Also sie tat mir da super leid, ich fand auch, dass sie zumindest eigentlich echt ruhig geblieben ist, also das wird sie schon ein bisschen genervt haben, aber sie hat das schon irgendwie dann durchgezogen. Ja, ich fand, sie hatte einfach nicht die Voraussetzung, das irgendwie gut runterzuspulen. Das war, sie tat mir da super leid, weil sie da auch nichts dafür konnte. Also es war eigentlich grausam mit anzusehen. Was willst du da machen als Künstlerin? Ich meine, du kommst da hin, du hast einen fertigen Auftritt mitgebracht und gerade wie du sagst, so viel haben sie von Mello ja nicht geändert. Damit ist der Auftritt ja fertig und du musst eigentlich gar nicht so viel noch mit irgendwem rumschrauben, sondern du kannst jedem sagen, hier, das, das, das und fertig. Und es war die zweite Probe, es war nicht die erste Probe. Und dann will sie lossingen und ihr Mikro klingt einfach nur, als würde sie unter Strom setzen. Also das war ja ganz schlimm. Ja, das hat mir bei Zugucken eigentlich wehgetan. Und ja, deswegen können wir eigentlich über sie jetzt gar nicht so viel sagen, außer, dass es wahrscheinlich ähnlich wird wie bei Mello und sie auch wieder barfuß auftritt. Sie hatte in der ersten PK, glaube ich, gesagt, dass sie das Problem hat, dass sie nicht direkt beim Publikum sein kann. Also das hatte sie ja bei Mello, dass sie sozusagen auf dieser Bühne und dann waren direkt die Fans da dran. Und das Problem hat sie jetzt, dass sie eben, also dass sie nicht, sie ist ja nicht auf der vorgelagerten Bühne mit dieser Konstruktion, sondern dahinter, dass sie einfach nicht direkt ins Publikum singen kann. Das ist für sie jetzt halt anders. Aber ansonsten wissen wir, glaube ich, ungefähr, was uns da erwartet. Und deswegen ist es dann nicht ganz so schlimm für uns, dass es jetzt den Eindruck nicht gab. Aber für sie, ich meine, mit was für einem nervigen Gefühl geht sie jetzt da raus, will ich mir gar nicht vorstellen. Nein, das kann man, das kann man auch immer, immer wieder sagen. Also wenn die, wenn die Schweden da an den Start gehen, da ist halt auch vieles wirklich sehr bis ins kleinste Detail vorkoreografiert. Bis hin zu diesem Mikro, was halt auffällt, weil es halt anders aussieht als das, was die Künstler sonst alle haben. Da habe ich nur so bei mir gedacht, naja, das ist eben halt auch so eine Fehlerquelle. Wenn da, wenn man mit so einem, wenn man da so Mikros einbringt, die dann vielleicht in dieses System gar nicht so praktisch hineinpasst technisch, dann kannst du, dann hast du natürlich nochmal so ein, so ein Fehler, so eine Fehlerquelle mehr. Aber trotzdem, dieses ganze Ding, wenn man sich das anguckt, das, es sieht, wenn man es das erste Mal sieht, sieht es aus wie zufällig. Aber es ist halt wirklich von jeder Sekunde an, wann sie aufsteht, wann sie das Ding dann einmal dreht und so weiter. Das ist schon sehr, sehr professionell und das lässt sich auch gut angucken. Also das, das macht auch Freude, wo man dann sieht, also da müssen sie nicht mehr, nicht mehr was Tolles machen. Aber ich drücke mal die Daumen, dass das dann jetzt in den Live-Shows oder auch schon in der Generalprobe, wo es ja auch schon gilt, dass es da wirklich auch klappt. Aber ich glaube auch nicht, die wird locker ins Finale durchmarschieren, glaube ich. Das wird, glaube ich, keine, keine Probleme machen. Ja, ich würde gerne noch eine Geschichte einführen. Ich glaube, da, da, das, das kann man sich, glaube ich, auch denken, dass ich das gerne nochmal nach vorne bringen will, nämlich Portugal. Maru mit. Ich habe darauf gewartet. Maru mit Saudade, Saudade. Da ist vielleicht noch ein zusätzlicher Aspekt, die sollten eigentlich, ja, irgendwann am Vormittag des, was war denn das? Ich gucke gerade, wann war denn das? Ach, das war vom Mittwoch sogar gleich, ne? Ja, das war, glaube ich, sogar gleich Mittwoch. Sollte Portugal dann auftreten und wir kriegten ja dann auch eine E-Mail irgendwie über den Eurovisionskanal, dass Portugal später in der Probe antreten wird, weil es einen Corona-Fall gegeben hätte in der Delegation. Und das wurde jetzt auch erst mal gar nicht so ganz genau berichtet, wer das war, ob das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Head of Delegation ist oder irgendeiner, der da Presse mitmacht oder, 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 oder. Und wir konnten es dann, als um 17.15 Uhr dann an dem Tag die Probe nachgereicht wurde, konnte man es sehen, es war tatsächlich wohl einer der Backing-Sängerinnen, weil man hatte zunächst im ersten Durchgang, also muss man nochmal vielleicht zu dem Auftritt was sagen, beim Festival da Canção hat Maru mit ihren Sängerinnen, mit ihren Background-Sängerinnen zusammen jeder auf so einem Barhocker gesessen, so im Halbkreis zur Kamera hin. Und jetzt beim ESC wird es so sein, dass sie sozusagen in einem, zuerst im Kreis zueinander standen, um Maru herum. Und da kommt praktisch so eine Kamera von, von oben, die dann sozusagen einmal durch die ganze Runde alle Sängerinnen und Maru dann natürlich auch dann abfilmen. Und da konnte man jetzt sehen, da haben sie sozusagen als Stand-in jemanden da stehen gehabt, auch in diesen Kostümen. Maru und ihre Sängerin sind da, ja, ich würde jetzt mal sagen, das sieht ein bisschen aus wie so Judo-Anzüge, so ein bisschen in so lila gehalten. Und sieht eigentlich auch ganz, ganz stylisch, ein bisschen auch, ja, sehr bequem, sehr comfy irgendwie halt dann aus. Und da kann man sehen, da steht nur so ein Stand-in, so eine Sängerin, die auch gar nicht singt, sondern die hat dann eine Maske auf und hat dann auch dieses Outfit. Und man sieht dann ab dem Durchgang zwei, hat man sie dann weggelassen und hat den Kreis auch ein bisschen weiter eröffnet. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich persönlich finde, das wird sicherlich kein Sieger, aber ich finde das trotzdem eine sehr, eine sehr runde Performance, ein sehr schöner Act. Ich mag diesen Song sowieso, auch beim Maru. Also ich bin jetzt schon dabei zu gucken, wann kommt die mal hier nach Deutschland und gibt ein Konzert. Da werde ich mit Sicherheit mir ein Ticket klicken. Das muss ich mir unbedingt mal irgendwie anschauen. Eine ganz tolle Ausnahmekünstlerin von, wo ich hoffe, dass wir auch in den nächsten Jahren noch sehr viel von ihr hören werden. Und mich hat es natürlich sehr, sehr gefreut und ich hoffe natürlich jetzt nicht, dass Maru jetzt auch noch irgendwie von Corona positiv getestet wird. Und dass das dann vielleicht auf so ein Backing-Video irgendwie hinausläuft, das wünsche ich mir nicht. Aber mir hat es wie immer sehr gut gefallen, was da aus Portugal dieses Jahr gekommen ist. Wie ist es dir mit diesem, mit diesem Act gegangen? Ja gut, leider wissen wir jetzt erstmal, wie die Corona-Regeln sind in Turin. Also weil im letzten Jahr wäre es ja wahrscheinlich so gewesen, dass die Delegation mehr oder weniger komplett in Quarantäne muss. Jetzt ist es so, dass wohl nur die betroffene Person dann in Isolation ist, aber für sieben Tage. Das heißt, das dürfte nach unserer Rechnung dann auch nichts werden mit dem Halbfinalauftritt. Also denk mal, wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie dann da auch einfach zu fünft auftreten, weil sie es müssen und weil hoffentlich kein neuer Fall dazukommt im Team. Ja, und ansonsten, ja, deine komplette Begeisterung teile ich jetzt nicht so sehr. Das mit dem Kreis, da war ich schon sehr gespannt, wie sie das einfangen. Und in diesem ersten Run, den du gerade beschrieben hast, in dem halt, ja, eine sechste Person zum Auffüllen dann noch mit hingestellt wurde, fand ich es ehrlich gesagt nicht gut. Also, weil die stehen dann so geschlossen da und das wird dann so, manchmal versucht die Kamera dann halt so größer auf Maru selbst zu gehen und das ist dann so schwierig in diesen Kreis rein und alles. Da hat es mir dann besser gefallen, als sie nur zu fünft waren, dass dieser Kreis halt ein bisschen offener war. Also, dann sah es eher ein bisschen aus wie bei Manisa das letzte Jahr, dass sie sozusagen so mit sich gesungen haben, aber dass alles noch so offen war von vorne. Also, dass es nicht so wirkte wie geschlossene Gesellschaft, wir singen für uns, was wollt ihr jetzt da draußen, sondern wir singen uns an, wir singen miteinander, aber es geht schon auch noch irgendwie nach draußen. Also, da fand ich die Wirkung tatsächlich besser zu fünft. Und ja, das Lied ist halt wirklich sehr ruhig. Ist auch wieder so ein Showstopper natürlich auf eine gewisse Art. Ist okay, passt wahrscheinlich dann auch gut rein, da mal sowas zu haben, aber es ist jetzt nichts, was mich komplett umhaut und auch nichts, wofür ich jetzt sofort stundenlang zum nächsten Konzert fahren würde. Also, da teile ich deine Begeisterung jetzt nicht so komplett. Also, ich schon. Ja, ich gucke gerade. Ja, ich weiß. Ich gucke gerade, davor ist Moldau, also, und sie ist dann. Ach du lieber Himmel, ey, ist ja unsere Zeit. Ja, das ist dann Moldau und danach kommt Kroatien. Ah, Mia. Mia, ach Mia, hoffentlich schafft sie es irgendwie. Wir sind beide nicht, wir mögen beide, glaube ich, das Lied und sind beide vom Auftritt nicht überzeugt, um das mal einfach kurz zu fassen. Ja, können wir ja auch tatsächlich nochmal gleich einführen. Das war auch so eine Probe, wo eigentlich nichts funktioniert hat. Da war, also, da hat einem tatsächlich Mia wirklich sehr, sehr leid getan. Mia ist entgegen des Vorentscheids in Kroatien, hat sie jetzt, habe ich es aufgeschrieben? Also, es sind, glaube ich, drei Tänzer, ne? Die da um sie herumtanzen. Genau, genau. Sie hat zwei Tänzer, eine Tänzerin und hat im Vorentscheid ja nur einen, der so, ja, wie soll man sagen, sehr aufmerksamkeitsgeil um sie herumgehüpft ist. Ja, und sie trägt dieses Mal ein pinkes Kleid, was ich persönlich finde nicht zu ihr passt, weil sie eigentlich nicht so eine Püppifrau ist, sondern eigentlich eher so wie im Vorentscheid, so mit dicken Moonboots und dann so mit etwas, wie soll man sagen, sportlicher Kleidung oder so. Also, jetzt so dieses, dieses so im voluminösen Kleid irgendwie, ich fand das nicht so toll. Nichtsdestotrotz hat sie mit Guilty Pleasure einen ganz tollen Song am Start, der sehr eingängig ist. Und dann war es tatsächlich, das hat mich also auch wirklich sehr, sehr gewundert, also sie hatte in ihr Probleme. Da war es im ersten Durchgang, wo man erst so dachte, oh, die kann ja gar nicht singen und die trifft die Töne nicht. Bis ich dann irgendwann so dachte, nee, Moment mal, irgendwie stimmt da was nicht, weil sie, sie hatte dann derbe Technikprobleme. Also sie war, glaube ich, immer so eine Sekunde danach und ich glaube, es lag ein bisschen daran, sie hatte da, glaube ich, nach dem ersten Durchgang gesagt, dass sie auf das eine, der eine Kopfhörer ist dann ausgefallen. Dann hat sie den wohl rausgenommen und hat dann wohl in der Halle die Musik gehört und konnte wohl jetzt dann nicht mehr auseinanderhalten, was ist jetzt die richtige Musik, auf die ich jetzt irgendwie singen muss. Und deswegen war das dann plötzlich, sie hat das, glaube ich, noch den ganzen Song so durchgehalten, aber dann hat sie gleich hinterher gesagt, Moment mal, hier stimmt was nicht. Ich kann meine In-Ears da irgendwie nicht hören oder jedenfalls auf der einen Seite irgendwie halt nicht und es war irgendwie ganz schlimm. Und dann hatte sie noch irgendwas, ich weiß nicht, das war dann, glaube ich, im zweiten Durchgang, dass die Background-Spur gar nicht übereinander lag, so wie es sein sollte. Da hatte ich mich noch sehr drüber gewundert, dass sowas irgendwie offen ist und dass das nicht irgendwie als feste Sound-Datei im Ganzen irgendwie halt dann durchläuft. Also da hatte ich mich sehr gewundert, das haben sie dann wohl auch gefixt, dass sie da wohl die Background-Spur dann irgendwie richtig wieder übereinander gekriegt haben. Also sie hat schon sehr, sehr gelitten, das muss man schon sagen. Ja, tat mir da auch leid. Ich glaube, im ersten Durchgang, wo du sagst, dass sie da eigentlich hinter ihrem, hinter ihrer Musik war, weil sie die gar nicht hören konnte, da hat sie, glaube ich, auch einfach dann auf Englisch zu Ende gesungen. Und das, was du eben auch gesagt hast, hat sie, glaube ich, gesagt, es gab irgendein Problem mit der Abmischung von den Backings, dass da teilweise Englisch war und teilweise Kroatisch. Und dass sie das wohl, dass sie das wohl auch gesagt hatten nach der ersten Runde und dass es aber nicht gefixt war und so. Dazu muss man sagen, wir haben da teilweise die Mikros noch offen gehört zwischen den Takes. Ich weiß auch nicht, ob das Absicht war. Also es wurde, glaube ich, danach ein bisschen runtergefahren, dass man nicht mehr alles hören konnte, was da so gesagt wurde. Wir haben unter anderem auch die echte Stimme von einem Subwoofer gehört, der sehr zufrieden war mit dem Auftritt. Und ich glaube, das sollte jetzt alles nicht zwingend zu hören gewesen sein, aber es war halt nun mal zu hören und sie hatte da wohl richtig große Probleme. Ich mag ihren Song, ich mag ihre Stimme. Ich weiß nicht ganz genau, ob man diesen Tänzerkram dieses Mal begreift, weil es soll ja so ihr Traum sein, in den wir reingucken. Und die Frau wird so hin und her gezogen zwischen den beiden Männern und sie interagiert dann aber auch mit diesen Personen aus ihrem Traum zwischendrin. Also es ist, ach, ich finde sie einfach immer noch total süß und einfach ihr Lied auch schön und ja, sie passt besser in dieses schwarze Outfit und nicht in dieses pinke Kleid. Aber na gut, in der Studioversion werde ich es trotzdem hören und es wäre schön, wenn sie es irgendwie ins Finale schafft. Ja, vielleicht, du sagtest es eben gerade, Subwoofer aus Norwegen, die werden ja auch sehr, sehr hoch gehypt. Wie findest du den Auftritt? Ist eigentlich genau das, was man erwarten konnte, oder? Also die haben natürlich jetzt auch nicht so viel anders gemacht als beim Vorentscheid. Es ist die Choreo geblieben, die ja auch total ausgefuchst ist, ausgewolft ist, die einfach bei dem geblieben ist. Also die war ja durchstrukturiert und warum sollten sie da jetzt noch was dran ändern? Das haben sie auch in den sozialen Medien hoch und runter irgendwie gespielt mit Hereland, unseren Tanz und so. Witzig ist, dass der Astronaut halt über ihnen steht inzwischen. Also nicht irgendwo am Rand, sondern dass er da oben steht und einfach sozusagen wie Lumix einfach da so den Einpeitscher gibt. Ja, das ist einfach stimmig, das, was man erwarten kann. Sie haben immer noch diese Einblendungen mit Yam Yam und Grandma und was weiß ich was. Also das, keine großen Überraschungen, aber ich glaube, das wirkt als Act auf Leute, die die zum ersten Mal sehen, wirkt das halt so oder so. Was bei denen nur noch auffällig ist, ist halt, ja, das sind diese Acts, mit denen du keine Pressekonferenzen machen kannst. Ich habe es ja schon erwähnt, dass ich auch dachte, okay, ich würde jetzt interviewen wollen, aber die reden ja nicht. Also die machen sich ja nur den Spaß da, dass sie ihren Übersetzer sprechen lassen und so weiter. Und die zweite Pressekonferenz, die habe ich mir dann angeschaut und habe auch gedacht, ey, was passiert hier? Weil dass die als Act da einfach ihre Schauspielnummer durchziehen, ist ja das eine. Aber dass dann auf einmal Journalisten anfangen, diese Schauspielnummer mitzuspielen, das fand ich schwierig anzugucken, ehrlich gesagt. Also, dass da Leute stehen und sagen, ja, wenn ihr gewinnt, ist dann der nächste ESC auf dem Mond. Und so, denkst du, ey, Junge, warum wirst du jetzt gerade Teil dieser Inszenierung? Was soll denn das? Ja, und dass der Nächste dann kommt und sagt, hier, ich habe euch Bananen mitgebracht und so. Also, das ist so, da saß ich doch einigermaßen verstört vom Computer. Und dann kam ein Moment, in dem das switchte, weil es war zum Beispiel auch der Head of Delegation dabei. Und dann kamen auf einmal Leute, die einfach ihm total schlaue Fragen gestellt haben. Also so von wegen, ja, wie siehst du denn das, dass hier halt zur Hälfte Jury und zur Hälfte Publikum votet? Findest du das generell gut? Und was glaubst du, wird das dieses Jahr ein Nachteil sein, dass die Juries vielleicht weniger geben und so? Also, das sind genau die legitimen Fragen, die man halt stellen kann und auf die man dann auch eine gescheite Antwort kriegt. Oder also zumindest mal von jemandem, der das halt einschätzen kann und eben aus dieser Delegation kommt und auch mit dir spricht. Und da dachte ich dann auf einmal so, huch, jetzt kriegt diese Pressekonferenz, die davor einfach nur ein quatschiges Schauspiel war, in das auf einmal Journalisten mit eingestiegen sind, jetzt kriegt die auf einmal so einen Turn und ist auf einmal spannend. Und auf einmal sind da jetzt wirklich Aussagen, mit denen man das anfangen kann. Also, das war schon, ja, diese Pressekonferenzen machen viel mit dem Gehirn. So, das wollte ich nur sagen. Ja, und nun hat man sich ja jetzt schon, jetzt als ESC-Podcaster ja auch schon einige Monate auch mit dem Beitrag beschäftigt. Und deswegen geht es mir jetzt auch so, wie es mir jetzt damit geht. Ich habe auch, ich hatte mir hier auch aufgeschrieben, ja, perfekt vorgetragene Nummer, aber irgendwie kommt es am Ende des Tages für mich sehr blutleer und langweilig rüber. Und ich bin mal sehr gespannt, ob das für die Leute, die sich das so das erste Mal irgendwie anschauen, klar, das mit den Interviews und so, das weiß ja eigentlich keiner, der sich da nicht eingehend mit beschäftigt. Und das ist wieder auch so eine Geschichte, wo ich so denke, boah, ist vielleicht die Zeit nicht auch langsam vorbei, wo wir anfangen, irgendwelche Geschichten zu erfinden. Oder so wie bei Lordi, die damals irgendwie auch selbst irgendwie zum Frühstück irgendwie halt schon in dieser Kluft ankamen und niemand irgendwie halt die Bandmitglieder so gesehen hat. Und in dem Fall ist es ja noch mal ein bisschen verstärkter mit Subwoofer, wo man jetzt, es gibt ja Spekulationen, wer es sein kann irgendwie und wahrscheinlich auch sogar ist. Aber es ist irgendwie so, wo ich so denke, boah, da ist es mir dann doch ein bisschen zu wenig Song und dann doch zu viel irgendwelche Effekte. Und das ist ja alles mit den Kostümen, alles sehr perfekt gemacht. Und das erkennt man ja auch sofort. Ach ja, das sind die Subwoofer irgendwie. Aber irgendwie finde ich es dann doch ein bisschen boring. Und das dafür, dass es so hoch gehypt wird als Favorit irgendwie, das finde ich auch tatsächlich ein bisschen übertrieben. Nee, da mache ich jetzt mal Gegenrede. Nachdem du jetzt so viel gut finden durftest, was ich nicht gut fand. Also ich finde das immer noch super unterhaltsam. Also das ist, sowas muss mit dabei sein, auf jeden Fall. Und ich weiß, ich habe gesagt, wenn der Spaß-Act gewinnt, dann war der Vorentscheid nicht wirklich doll. Aber das war ja noch deutlich der bessere Spaß-Act. Also ich weiß nicht, was wir da hätten für pinke Flamingos und so alles haben können aus Norwegen, was wir zum Glück nicht bekommen haben. Das ist perfekt durchdacht. Ob die jetzt diese Geschichte da auf PKs weitererzählen und ob da Journalisten meinen, noch mit einsteigen zu müssen, ist das eine. Aber das, was sie da auf die Bühne bringen, ist eine lustige Show. So, das bleibt irgendwie hängen. Du denkst so, ha, diese Typen mit diesen gelben Masken, was war das? Das haben die irgendwas von Großmüttern gesungen mit Bananen, das war ja witzig und so. Und die ziehen das ja auch irgendwie durch. Also die machen ja immer noch auf ihren sozialen Kanälen diese, ja, wie soll man das sagen, liebevollen Verballhornungen von allen anderen Acts. Also tanzen wie Chanel und, ja, was war da noch alles dabei? Ich meine, sie haben jetzt in den letzten Tagen ja auch noch ein bisschen was rausgehauen. Und auf einmal stehen sie da wie LPS mit fünf Wölfen, die irgendwie da so das chillige Disco-Ding spielen und so. Das war ja alles total liebevoll. Also die sind ja in diese Bubble auch reingekommen und bringen irgendwie was mit. Also bringen auch so Liebe für diesen Contest mit, indem sie eben diese Art von Videos auch machen und so. Also da ist schon ein bisschen was dahinter. Die sind ja jetzt nicht wie, was wir vorhin bei Italien zum Beispiel kritisiert haben, was man, finde ich, auch bei San Marino kritisieren kann. Also Achille Lauho, der holt da seine Show komplett raus, zeigt irgendwie alles, was er zeigen will in diesen drei Minuten, ist aber bei allem, was er sonst macht, wirkt er komplett desinteressiert. Und, ja, gut, jetzt bin ich halt hier, aber was wollt ihr eigentlich von mir? Ich bin da auf der Bühne und sonst lasst mich doch in Ruhe so ungefähr, diese Ausstrahlung, die er hat. Und, ja, die beiden Italiener, die einfach so, ja, wir haben jetzt hier noch Konzertverpflichtungen und dann kommen wir mal so zur zweiten Probe, fangen wir mal langsam an und so. Und bei Pre-Party sind wir eh nicht dabei. Also da ist, da ist es im Konzept schon mit drin, dass sie aber trotzdem einfach richtig Bock auf den ESC haben und sich da auch einbringen und im Gedächtnis bleiben werden. Und wenn du sagst, es gibt Gerüchte, wer da drunter steckt, ich hab's dir bei beiden schon eigentlich perfekt hergeleitet, es interessiert dich nur nicht. Da musst du ganz ehrlich sein. Du wirkst mich da immer ab, wenn ich da was versuche zu erklären. Dann gehen wir noch, wir werfen uns jetzt hier die Bälle zu, ich weiß, wir sind schon bald an zwei Stunden oder so, aber da müssen wir den letzten Masken-Act doch auch noch irgendwie mitnehmen. Okay. Weil da bin ich mir auch nicht sicher, wie ähnlich wir uns sind. Zirkus Mirkus, die auch Masken tragen, auch in ihren Pressekonferenzen, aber immer nur so halbe Masken. Also was sie grad lustig sind, sich irgendwie einen Bart anpappen oder auch, weiß nicht, eine komplette Tiermaske, dann einfach mal nur so eine Augenmaske. Und der Drummer sowieso, der hat eigentlich eher so wie die Subwoofer-Background-Tänzer einfach einmal was komplett über dem Kopf. Was geben die dir? Weil die wirken für mich so ein bisschen ziellos. Da weiß ich im Gegensatz zu Subwoofer nicht, worauf die eigentlich jetzt hinaus wollen, was die von mir irgendwie wollen. Ob die mich jetzt unterhalten wollen, ob die mir gesellschaftskritisch voll einen mitgeben wollen oder wie auch immer. Wie wirken die auf dich? Also ich habe ja, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt, dafür, dass sie es so als den super Geheim-Act angesagt haben, zumindestens die Gruppe. Und dann, ja, und wenn man sich schon als Zirkus Mirkus und dann auch in dem Clip so Zirkus-Attraktionen sozusagen schon fast anteasert und am Ende dann sozusagen auch hier wieder Band-Setting irgendwie, aber an der Stelle, wo ich dann so denke, ja, kann man machen. Es ist ein bisschen so, ja, die machen ihr eigenes Ding, egal was da jetzt beim ESC irgendwie wirklich so läuft. Aber am Ende des Tages ist es da auch, das ist eigentlich so ein ähnliches Ding, wo ich so denke, ja, und mit Verkleiden. Und wir wollen uns da auch nicht so ganz in die Karten gucken lassen, wer wir denn auch so sind und so weiter. Und ich glaube, Zirkus Mirkus wird es auch nicht so einfach haben, irgendwie ins Finale zu kommen. Das ist so mein Gedanke dazu. Und den Song finde ich jetzt auch nicht so besonders hervorragend. Ich hätte gedacht, dass du die irgendwie besser findest. Warum auch immer. Nee, ja, also wie gesagt, ich habe im Vorwege, es gibt ja ein paar Sachen bei Spotify, die man sich da anhören kann. Da sind auch einige ganz gute Sachen dabei. Da sind auch coole Clips bei YouTube irgendwie einzusehen, muss ich sagen. Und dafür, was da vorher von denen schon so gelaufen ist, ist jetzt dieser ESC-Beitrag. Also unterdurchschnittlich. Ja, ich habe mich mit denen gar nicht so vorab beschäftigt. Einfach nur, dass ich es lustig fand, wie die sich präsentiert und nicht präsentiert haben, als wir noch keine Acts kannten. Und ja, dann wurden sie bekannt gegeben und wir wussten trotzdem nicht, wer sie sind. Aber dafür hätte es für mich auch ein bisschen mehr sein können. Also so wie ich bei Moldau den Zug vermisse, vermisse ich bei denen eigentlich den Zirkus. Wobei sie ein süßes Feature hatten in diesem komischen Leierkasten von einem allen Musiker. Der geht irgendwann auf und da ist in Mini die Band nochmal drin. Also nochmal die vier Zirkus Mirkus Musiker irgendwie klein in diesem Leierkasten. Und da habe ich mich später auch wieder gefragt, als ich die Pressekonferenz gesehen habe. Sind die so verpeilt, dass sie nicht wissen, dass in der Probe das schon viele gesehen haben? Oder spielen die nur so verpeilt? Weil da ist die Linie eigentlich auch recht dünn bei denen, dass man es nicht weiß. Weil sie darauf angesprochen wurden. So, das ist ja eine süße Idee. Was genau wollt ihr damit und so? Ja, wir wissen nicht, wovon ihr redet. Nee, nee. Nächste Frage. Weil sie hatten davor gesagt, wir haben auch noch eine Überraschung. Schaut euch mal das eine Instrument dann genauer an in der Show. Und es wirkte aber, als wüssten sie gar nicht, dass wir das alles schon gesehen haben. Also, aber eigentlich ist es ein süßes Feature, finde ich. Also, wir könnten jetzt tatsächlich noch stundenlang so weiterreden. Aber wir wollten da eigentlich jetzt erstmal nur so einen kleinen Überblick irgendwie bringen. Auf das, was da in der nächsten Woche auf uns zukommt. Wir hatten uns ja schon irgendwie dazu geschrieben. Ich glaube, das ist vielleicht so für einige noch ganz interessant. Wie sehen wir denn die Gewinnchancen im Semifinale für die einzelnen Songs? Also, gehen wir jetzt mal aufs erste Semifinale, Sonja. Wer wird denn so nach deiner Überzeugung, wer wird denn da fürs Finale sich weiterqualifizieren? Puh, dafür hätte ich mir Notizen machen müssen, um auf zehn zu kommen, ne? Aber, also, ich glaube, es gibt einige, da müssen wir gar nicht großartig diskutieren und können uns wahrscheinlich einigen, oder? Da würde ich nämlich erstmal anfangen mit der Ukraine. Das haben wir schon hergeleitet, warum. Dann, wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber es ist halt auch ein Hammerauftritt, auch wenn sie noch ein bisschen gestresst wirkte in der Probe, ist, glaube ich, Estin. Also, die Niederlande. Sind wir ja auch schon mit zweien, die durch sind. Norwegen wird sich auch qualifizieren. Also, das sehe ich nicht anders, als ob man die jetzt mag oder nicht. Ich glaube, die verfangen einfach so gut, dass sie weiterkommen. Und, ja, ich finde es im Ersten tatsächlich schwieriger vorherzusagen, als beim Zweiten, wer noch so weiterkommt. Also, wir haben jetzt wenig von ihr gesehen, weil nur ein Auftritt uns nochmal im Nachhinein gezeigt wurde nach technischen Problemen. Aber Albanien dürfte eigentlich auch ein No-Brainer sein, dass sie weiterkommt. Das würde ich jetzt mal so, ja, mal tippen, ohne dass wir einen perfekten Auftritt von ihr bisher gesehen haben. Also, da lief ja nichts richtig zusammen. Da bin ich eher so, dass ich sage, ja, die ist drin, aber das könnte wackeln, glaube ich. Echt? Nee, glaube ich nicht. Ja, ich glaube, wenn das so bleibt, wie das bei der Probe war und eigentlich so für den Song, bei dem man eigentlich relativ viel auch erwartet, passiert da gar nicht so wahnsinnig viel. Und das könnte so, und dadurch, dass sie ja auch Eröffnungsekt ist, könnte sich das auch ganz schnell versenden und man kann sie da, gut, es gibt ja Schnelldurchläufe und so weiter. Aber das können, also für mich ist sie drin, aber bei mir ist sie mit einem Punkt irgendwie so. Ich glaube, wir haben einfach die, wir haben eine scheiß Probe gesehen, muss man einfach mal sagen. Ähm, Griechenland sehe ich auch weiter, muss ich sagen. Also, ich mag zwar diesen Effekt nicht, der am Anfang über ihre Stimme liegt, äh, ja, aber, ähm, der Song, der baut sich so stark auf und, äh, singt das so stark. Also, ich glaube, die ist auch durch. Äh, wir sind jetzt, soweit ich weiß, bei fünf. Magst du noch fünf dazunehmen und ich sag, oh Gott, oh Gott, oder, äh, bloß nicht? Also, also, ich würde sagen, wir haben schon drüber gesprochen, Armenien ist für mich drin. Ich würde jetzt auch. Ich befürchte es, ich brauche es aber nicht. Ich würde es sagen, ich, äh, für, ich glaube, dass es auch die Schweiz schaffen wird. Ah, das glaube ich nicht. Ähm, und. Befürchte nicht. Hatten wir Kroatien schon? Also, Kroatien würde ich auch drin sehen. Und dann ist es das nicht. Ich habe viele Hoffnungen von mir, aber Glauben, weiß ich nicht. Also, haben wir immer noch. Also, äh, du wirst ja wohl noch glauben, dass Portugal weiterkommt oder denkst du, Maru, bleib schon. Ah, ja, äh, ja, genau. Portugal ist für mich auch drin. Genau, dann hatte ich, äh, dann hatte ich die noch vergessen. Genau. Also, ähm, wenn man es jetzt da mal so, äh, mal so einen Kassensturz machen würde, ich glaube, die Isländer sind raus. Ich glaube, dass auch Österreich, äh, raus ist. Dänemark wird, glaube ich, auch Schwierigkeiten haben. Und dann wird, glaube ich, auch, ähm, Slowenien. Obwohl das mit diesen super jungen Künstlern, es hat auch so seinen gewissen Charme. Ja, die sind so süß. Da war nur der Auftritt so ein bisschen, also, äh, zu viel, ähm, reingeblendet, rausgeblendet. Also, wir, du hattest das, glaube ich, auch schon bei WhatsApp geschrieben, weil da kriegt man ja einen Drehwurm. Also, das fand ich auch nicht von der, von der Kameraführung auch so besonders geil. Äh, die Monika Liu aus, aus Litauen, äh, das finde ich auch alles ein bisschen zu, äh, zu wenig. Äh, City Szeni, obwohl die ja wirklich, ähm, die sind, glaube ich, auf Start Nummer zwei, ähm, da in dem Moment auch, äh, wirklich eine fröhliche, äh, Nummer machen. Aber ich bin schon gleich bei diesem ausgeblendeten Teil, ich bin schon gleich raus und finde es einfach nur noch eklig. Und insofern, und ich glaube, bei Bulgarien, also, ich weiß gar nicht, gibt es hier irgendwo im ESC-Land jemanden, der Bulgarien geil findet? Also, ich finde irgendwie, also, ich pommel, ich pommes Gabel hier schon, so. Ja, aber, also, ganz ehrlich, glaube, das, äh, der ist, glaube ich, garantiert auch, ähm, ich würde fast sagen, ganz unten und, äh, also, das, äh, das finde ich irgendwie ganz, ähm, ja. Ich kann mir schon eher vorstellen, dass Österreich weiterkommt statt die Schweiz. Also, je nachdem, wie gut, wie gut dann der Auftritt am Ende ist. Also, wenn er so ist wie erste Runde Probe durchlaufen, natürlich nicht, aber grundsätzlich glaube ich, dass das, dass so eine Partynummer dann wahrscheinlich doch ein bisschen mehr verfängt. Also, auch gerade müssen wir auch bedenken, was wir jetzt noch nicht gesehen haben, ist, dass ja die Halle voll sein wird. Das ist ja auch nochmal eine andere Wirkung dann. Und deswegen fürchte ich, ich hab so Bock, dass Marius weiterkommt, aber so ein bisschen auf der Kippe steht er für mich dann schon. Und ja, wie ich gesagt habe, also sowas wie, äh, Armenien brauche ich jetzt nicht zwingend, aber kann natürlich trotzdem gut sein, dass sie weiterkommt. Ja, wir haben es ja in diesem Semifinale als Deutsche ja nicht in der Hand, weil wir da nicht mit Stimmen abstimmen dürfen. Wir dürfen ja erst im zweiten Semifinale, äh, abstimmen. Soll ich mal, äh, das zweite Semifinale mal anstimmen und mal sagen, wen ich da irgendwie so weitersehe? Also, ich glaube... Da finde ich es einfacher. Ich glaube tatsächlich, ähm, ich könnte mir vorstellen, äh, dass als Sieger des Abend, äh, dieses Semifinals tatsächlich Stefan aus, äh, Estland irgendwie halt, äh, äh, da hervorgeht. Der hat ein bisschen, äh, das Pech, dass, äh, diese schwarze Sonne sozusagen, ähm, seine, seine große Prärie da abdeckt, sozusagen. Äh, das sieht man in dieser hinteren LED-Wand, äh, wird da so eine, so eine große Westernprärie abgespielt. Aber wie gesagt, man kann da, ähm, nicht so viel erkennen, weil da halt dieser, ja, ich sag's jetzt mal, dieser, dieser halbe, ähm, Autoreifenkeks da irgendwie, also kennt man ja diese Oreo-Kekse irgendwie. Bastian Pastewka hat das mal so als, äh, äh, Autoreifen, äh, Keks mal so bezeichnet. Und so sieht das so ein bisschen aus, weil das so dunkel ist und da sind so ein paar Löcher zwar irgendwie, wo dann immer mal so Lichter durchscheinen. Aber das ist halt so irgendwie, er ist fast der Einzige neben Moldawien, sag ich jetzt mal, der da sogar auch diese, diesen Catwalk da mit ausnutzt. Er springt sogar einmal praktisch von, äh, einem Catwalk auf den, auf den anderen so, äh, und, und, äh, macht da auch relativ viel, läuft da viel rum. Weil er eben halt auch auf diese zwei Cowboys aus dem, äh, Vorentscheider auch verzichtet. Wahrscheinlich wegen dieser Krieg- und Ukraine-Situation und so weiter. Ja, hat er mir, hat er mir so erklärt. Ja, und das, äh, ist verständlich. Aber ich hab, als ich das gesehen hab, hab ich noch so gedacht, naja gut, das kann man dann vielleicht, äh, hätte man es vielleicht doch machen können. Dann wäre vielleicht noch ein bisschen mehr auf der Bühne. Aber ich glaube, der wird sich, ähm, der wird sich, äh, locker, ähm, qualifizieren. Also, ich sehe, äh, tatsächlich, ähm, auch Serbien drin. Ich sehe auch, äh, sicherlich locker, äh, Schweden drin. Ich würde auch tatsächlich Australien und Polen irgendwie halt sehen. Äh, Tschechien. Ähm, Finnland sehe ich auch drin. Ich sag jetzt mal, San Marino ist auch drin. Wobei der auch, glaube ich, in so Rankings, glaube ich, ähm, nicht immer so gut platziert ist. Aber ich glaube, der, der macht tatsächlich auch ein bisschen auf der, auf der Bühne irgendwie was her. Ich würde mir wünschen, dass, äh, Belgien drin ist. Und ich sag jetzt auch mal, dass Irland, äh, drin ist. Weil, äh, auf ihre Art und Weise ist Brooke, äh, sie hat einfach auch trotzdem eine tolle Stimme. Das ist alles so ein bisschen Kaugummi-mäßig. Aber als ich diese drei Durchläufe irgendwie auch gesehen hab, ähm, ähm, ich hab erst so gedacht, oh, die haben ja irgendwie fast gar nichts. Nur die Tänzer und so irgendwie. Aber das ist irgendwie stimmig und irgendwie macht es Spaß. Und, ähm, äh, der Refrain ist irgendwie gängig. Und ich glaube, die wird da so, ähm, die wird da, glaube ich, so die Reise machen. Und, ähm, ich sehe da mal, dass, äh, Irland da auch mit drin ist. Ähm, ja, Äh, Irland tatsächlich auch. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich das sage. Aber kann passieren, dass sie es schafft ins Finale. Und irgendwie hofft man das ja auch, dass sie das mal wieder schaffen. Das ist ja, diese Durststrecke ist ja furchtbar in den letzten Jahren. Ja, deswegen kann schon passieren, auch wenn sie ihre Spielzeugpistole nicht mehr benutzt. Aber auch so ist es ja eine nette, süße, etwas kindliche Tanzshow geworden. Aber, ähm, ja, trotzdem kann reichen. Ich weiß, du magst es nicht, aber ich glaube, dass es trotzdem weiterkommt. Zypern. Weil das, glaube ich, äh, das, das spricht, glaube ich, genug Leute an, dass es weiterkommt. Ähm, ja, da hat mir der Auftritt aber nicht so gefallen. Was man sagen muss, sie haben da so eine, so eine Deko, da steht sie so ein bisschen drin, äh, wie die Venus von Botticelli. Ähm, äh, das ist auch alles sehr schön farbig. Da sind noch zwei Tänzer dabei. Aber für mich war das nicht so ein souveräner Auftritt. Nun kann das sich natürlich noch ein bisschen bis in das Semifinale noch verändern. Ähm, da bin ich mal gespannt. Aber so das, was ich da gesehen habe, glaube ich, das wird schwer. Aber wir, ich lasse mich da gerne eines Besseren überzeugen. Ja, und ich sehe nicht wirklich, dass San Marino das schafft. Also, ich weiß nicht, ob das nicht die Leute einfach eher verstört. So, ja, es polarisiert, das hilft ja immer eher, wenn es dann darum geht, halt, äh, ja, Punkte einzusammeln auch. Aber ich weiß nicht, also, das, das wirkt echt so komisch mit diesen Musikern im Käfig und dann da am Ende dieses Bullenreiten und davor wird sich noch so ein bisschen am Gitarristen irgendwie geschuppert und, also, nee, das ist, also, das ist, glaube ich, zu komisch irgendwie. Und auch dieses Bullenreiten erkennt man am Ende gar nicht mehr so richtig, weil einfach so viel Nebel und Pyro und was weiß ich was alles ist und man sieht dann gar nicht mehr so richtig, was macht der da? Ja, und Sänger ist ja jetzt eh nicht der dollste und das Lied hat ja jetzt auch nicht so einen tollen Text, also, das ist einfach nur so eine komische Aneinanderreihung. Ich weiß nicht, kann mir nicht so ganz vorstellen, dass das reicht. Also, natürlich, ich, San Marino, ich bin in diesem Land ja verbunden und es darf gerne irgendwie normal ins Finale kommen. Ich will aber nicht, dass der besser abschneidet, als er hat. Ganz ehrlich, das wäre nicht fair. Und dann würdest du stattdessen wen reingenommen? Ja, ich habe ja Zypern reingenommen. Ach so, ja, okay. Also, ich meine, ich kann natürlich auch super auf Serbien verzichten, aber ich gehe da mit, das wird schon weiterkommen. Ja, ist natürlich so noch die Frage für mich, die sind ja so ein bisschen ähnlich, Rumänien oder Israel, ne? Das könnte, könnte natürlich auch, also, ich würde mal sagen, da wird sich höchstens einer von beiden womöglich noch qualifizieren. Außer denen, einen von denen, die ich genannt habe oder du genannt hast irgendwie. Aber ich glaube, es ist schwer, ne? Das ist so irgendwie nicht so, dass man jetzt sagt, ach ja, das ist ja gerade, gerade der Michael Ben David, der ja auch so in den PKs ein bisschen so von sich aufmerksam gemacht hat und so. Also, ist das am Ende des Tages auch so, dass man dann aber sagt, ja, gut, aber könnte, aber gut, du siehst es halt wahrscheinlich auch nicht so im, und wie gesagt, auch Malta, muss man vielleicht auch nochmal so sagen, ist halt auch sehr vom Auftritt her sehr zusammengewürfelt. Also, sie sitzt da erst an so einem Flügel, der aber sowieso schon auf einem Podest steht, dann steigt sie da auf den Flügel mal drauf und singt dann ein bisschen weiter und dann geht sie, steigt sie wieder runter, läuft irgendwie über die Bühne und hey und come on und so. Aber es ist alles so ein bisschen dafür, dass Malta auch immer so dringend mal dieses Ding gewinnen will, aber dann irgendwie eher so Sachen schickt, wo man manchmal so denkt, ja, aber doch nicht mit etwas, was vielleicht 2003 noch irgendwie funktioniert hätte, aber doch irgendwie heute nicht mehr. Also, das ist halt so ein bisschen, ja gut, aber dann würde ich mal sagen, sind wir mal gespannt, was da, wie sich das am Dienstag und Donnerstag dann tatsächlich auch entwickelt, sind wir mal gespannt, was da kommt. Ja, ich fasse es einfach nochmal kurz zusammen. Also, in dieser Woche am Dienstag, den 10. Mai und am Donnerstag, den 12. Mai finden dann diese Semifinal statt, in dem außer den Big Five sich dann die Acts dann jeweils um einen Platz im Finale dann mal streiten müssen. Ja, Italien richtet diesen ESC zum dritten Mal aus. 1965 war das bereits in Neapel, 1991 in Rom. Hosts sind Laura Pausini, Alexandro Catellan und Mika. Laura Pausini ist eine sehr erfolgreiche Sängerin in Italien, mehrfache Grammy-Preisträgerin, Alexandro ist in Italien bekannter Fernseh- und Radiomoderator und Mika ist ein Sänger libanesisch-britischer Herkunft und er landete unter anderem mit dem Song Relax, Take It Easy und Grace Kelly. Die erste Erfolge von 2013 bis 2015 war er Jury-Mitglied der italienischen Ausgabe von X-Faktor und alle drei werden zusammen sozusagen das Ding präsentieren, auch die Punkte entgegennehmen oder wer sich dann im Semifinale da auch qualifiziert hat. Intervall-Acts sind ganz interessante dabei über alle drei Live-Shows. Natürlich Vorjahressieger Moneskin sind dabei, Giola Cinquetti ist dabei, die 1964 für Italien den ESC gewonnen hat, Il Voglio, die Teilnehmer von 2015. Und was eigentlich ganz schön ist, die Dato kann endlich mal auf einer ESC-Bühne seinen Song nochmal präsentieren. Das ist ihm ja verwehrt worden, weil er ja für 2020 das Sanremo-Festival gewonnen hat und durch den Ausfall des ESC da leider keine Gelegenheit hatte, diesen Song mal wirklich auf der großen ESC-Bühne dann vorzutragen. Und das kann er jetzt sozusagen nachholen, was ich eigentlich ganz schön finde. Hier in Deutschland ist noch vielleicht zu sagen, wo kann man das Ganze sehen? Das erste und zweite Semifinale wird bei One sein, in der ARD-Mediathek oder auf eurovision.de. Soweit ich weiß, ist das sogar auch weltweit auf eurovision.de zu sehen. Also da gibt es kein Geoblogging. Und das Finale wird dann im ersten bei One in der ARD-Mediathek bei der Deutschen Welle zu sehen sein und auch wieder auf eurovision.de. Das Ganze dann jeweils um ab 21 Uhr. Es gibt natürlich auch wieder davor und danach beim Finale am Samstag auch wieder Vor- und Nachbereitung, ein Countdown für Turin. Natürlich wird das Ganze wieder moderiert von Barbara Schöneberger ab 20.15 Uhr, bis es dann um 21 Uhr losgeht. Gäste sind Thomas Hermanns, Max Giesinger und Johnny Logan. Malik wird dann jeweils vor dem ESC und auch dann danach jeweils dann zugeschaltet und Barbara Schöneberger wird sich dann mit ihm davor und danach über das Ganze dann unterhalten. Ja, sind wir mal gespannt, was da auf uns zukommt. Wir gucken mal, ob das diese, ja, ich würde ja mal sagen, diese Sendungen davor und danach sind ja eigentlich nicht so wahnsinnig zu empfehlen, muss ich ehrlich gestehen. Was ich jetzt noch nicht ganz genau gesehen habe, aber es wird wahrscheinlich passieren, ist, dass Peter Urwan auch wieder den Kommentar machen wird. Und so richtig offiziell habe ich es noch nirgendwo wirklich gelesen oder dir ist irgendwas über den Weg gelaufen. Aber es gibt schon so Anzeichen. Also er war, glaube ich, jetzt auch bei dieser einen Quizshow bei der ARD mit Malik irgendwie zusammen. Und ich glaube, das sind schon so Anzeichen, dass er das tatsächlich machen wird. Ich bin mal gespannt, ob er das wieder von Hamburg aus irgendwie wieder machen wird. Denn so, wenn man da sieht, als die Delegationen jetzt letzten Mittwoch losgeflogen sind nach Turin, war jetzt auf den Bildern noch nicht drauf. Aber das muss nichts sagen. Wahrscheinlich reist er dann nochmal nach oder wie gesagt, wird dann von Lokstedt aus dann in Hamburg dann irgendwie zugeschaltet und er macht dann von dort aus den Kommentar. Ja, dann schauen wir mal. Wir freuen uns auf schöne Abende. Wir werden uns wahrscheinlich auch nochmal so diese ganzen Proben nochmal anschauen, gerade weil ja so viel in den Vorproben schiefgelaufen ist. Also ich gucke mir auf jeden Fall die Juryfinals auf jeden Fall an, um zu gucken, ob sich was verbessert hat. Gucken wir mal. Ich gucke eh alles und die Juryfinals muss ich eh gucken, weil das will ich ja wissen. Das ist ja, ich meine, das sind 50 Prozent der Worts, wenn da irgendwas schief geht. Und du fragst dich dann am nächsten Tag, warum haben die denn so wenig Punkte bekommen? Da gibt es die Antwort und das sind Shows, die kannst du nicht nochmal irgendwo nachgucken. Das stimmt. Außer es hat jemanden Zugang und lädt das dann mal bei YouTube. Aber diese Videos sind ja dann meistens auch wieder ganz schnell weg, weil das natürlich ja auch nicht erlaubt ist, da was zu veröffentlichen. Wollte ich gerade sagen, das darf ja gar keiner. Also wer das macht, der wird hoffentlich nie wieder irgendwo akkreditiert. Wir machen das auf jeden Fall nicht, aber ich habe es halt schon öfter mal gesehen, wo ich so dachte, wie sind die an das Material rangekommen? Das ist ja seltsam, aber das kommt halt doch immer mal wieder vor. Ja, dann werden wir mal schauen und wir werden uns natürlich auch zeitnah wieder melden und werden das Ganze dann nochmal nachbereiten, wie denn das Ganze so gelaufen ist. Und dann werden wir wahrscheinlich ähnlich lange wieder darüber diskutieren. Aber dafür ist ja dieser Podcast auch. Genau. Und wenn es Fragen gibt, immer her damit, egal ob wir sie aufgreifen sollen in der Folge oder ob wir vielleicht auf Twitter oder Insta oder so mal direkt antworten sollen. Wenn es Fragen gerade zu dem gibt, was wir jetzt so sehen, was vielleicht nicht jeder sieht, dann immer her damit. Genau. Okay, dann würde ich jetzt mal heute auch mal zu dir Ciao sagen, weil es ja gerade so schön ist. Tschau. Tschau, Sascha. Das war der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest mit Sonja Riegel und Sascha Gottschalk. Weitere Infos über den ESC und über diesen Podcast findet ihr auf escgreenroom.de. Dieser Podcast ist ebenfalls auf Twitter, Facebook und Instagram mit dem Handel ESC Greenroom zu finden. Wenn ihr Sonja und Sascha auf Social Media folgen möchtet, findet ihr die Kontaktdaten ebenfalls auf dieser Website unter dem Link Doppelspitze. Auf escgreenroom.de könnt ihr außerdem unter dem Post dieser Folge euren Kommentar hinterlassen. Ihr könnt aber auch eine Mail an kundendienst.escgreenroom.de schreiben. Mein undrar schmoonert der Eingang in den Bibelörden. Untertitelung des ZDF, 2020